Jetzt bei Wer weiß denn sowas XXL. Das Comedy-Duell. Mario Barth gegen Barbara Schöneberger. Berg Doktor gegen Berg Retter. Hans Siegel gegen Sebastian Ströbel. Und das Giganten-Duell. Dieter Hallervorden gegen Oliver Welke. Natürlich werden Sie alle unterstützt durch unsere Team-Kapitäne. Bernhard Toecker und Elton. Und hier ist Kai Pflaume. Guten Abend. Guten Abend Ihnen zu Hause. Herzlich willkommen im Studio zu einer neuen, wer weiß denn sowas XXL-Ausgabe, mit diesen fantastischen Gästen, meine Damen und Herren, spielen wir heute Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Danke fürs Einschalten. Sie werden wieder so viel lernen heute Abend. Spaß werden Sie haben. Und unser Publikum hier im Studio fiebert natürlich wieder mit, denn die wollen ja ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen. Also wir werden sehen, wie es läuft. Aber schauen Sie doch mal hin, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat. Barbara Schöneberger. Hallo. Der Bergretter, gerade aktuell wieder mit neuen Folgen gestartet. Sebastian Ströbel. Oliver Welke. Weitergaben hätten wir keine Chance gehabt, aber Samstagabend hat er Zeit. Schön, dass du da bist. Und Mario, Mensch, immer eine Freude. Mario Barth. Ja. Der Bergdoktor, nachher mit dem Bergretter, Hans Siegel, meine Damen und Herren. Und zum allerersten Mal in einer Quizshow überhaupt. Warum hat es so lange gedauert? Dieter Hallervorden. Und natürlich auch heute wieder alle unsere prominenten Gäste, zusammen mit unseren beiden Teamkapitänen Elton und Bernhard. Und einmal brauche ich gleich zum Beginn dieser Sendung Ihre volle Aufmerksamkeit. Wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren? Queen Elizabeth II. Zu Hause die Regel ausgegeben hat, dass keiner vor ihr zu Bett gehen darf. Ja? Interessant, oder? Das kann ja so spät nicht sein, oder? Ihr habt schon mal was zum Erzählen, wenn ihr nach Hause kommt. Aber vielleicht kann man das ja auch in die eigenen vier Wände mit übernehmen. Wir werden sehen. Aber es wird noch so viel mehr Spannendes heute Abend geben. Jetzt geht's los mit Runde 1. Wer von euch wird heute hier das Rennen machen, nimmt am Ende die 50.000 Euro für einen guten Zweck mit. Wir sind sehr gespannt, ja. Und in der Runde 1 klären wir gleich, wer das erste Duell für sich entscheidet. Barbara oder Mario Barth? Das hat ja noch nie eine Frau gewonnen hier in Ambring. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob mich das irgendwie demoralisiert oder aufputscht. Bei 1 steht ja fest, eine Frau haben wir ja auf jeden Fall im Finale. Ja. Das ist nicht... Ich bin gerne für mich nicht. Pass auf, der schlägt gleich zu. So, legen wir los. Runde 1 mit Barbara und Mario. So, und auf geht's. So, auf geht's. Das ist sehr geil. Wird nicht einfach. Aber auch nicht schwer. Das ist ja das Schöne in unserer schönen Sendung, dass man ja nie im Grunde wirklich, man muss ja nichts wissen. Weil diese Fragen sind so anders. Kein Wissenstest hier bei uns. Ein gutes Gefühl hilft manchmal. Haben wir eingeloggt. Aber erstmal schauen wir, wie viele Zuschauer hinter welchem Team sitzen. Also wie viele Zuschauer haben sich für welchen Teamkapitän entschieden. Sieht eigentlich gleich aus. Hinter Team Bernhard. Fast gleich. Hinter Bernhard und in der ersten Runde Mario Bart sitzen 74 Zuschauer. Und hinter Elton und in der ersten Runde Barbara Schöneberger 50. Lässt sich einfacher rechnen. Aber unsere sind schöner. Lief wohl nicht so gut die Woche bei mir. Was hast du denn für ein schlechtes Image? An mir kann es ja nicht liegen. Die wissen ja nicht, dass ich komme. Aber das stimmt gar nicht. Das hat jetzt nichts. Die Menschen entscheiden sich so vom ganzen Abend. Ach so. Dass du das jetzt auf dich beziehst. Ach Olli wegen dir. Auf euch haben die auch keinen Bock. Aber wenn ihr gewinnt, dann kriegen sie ja mehr Geld. Ja klar, klar. Quantität, Qualität. Okay. Hier wird schon wieder mit harten Bandagen gekämpft. Wir werfen jetzt einen Blick auf die Kategorien in Runde 1. Hier ist unsere Wand. So. Die zwölf Kategorien in Runde 1 sind Schlagzeilen. Trick 17, Musik, Standesamt, Tierisch-Tierisch, Gesundheit, im Labor, Mode, Obst und Gemüse, unter Wasser, das Fragezeichen und total genial. Ich bin 17. Ihr dürft ja die erste Kategorie auswählen. Ihr habt ein paar Zuschauer mehr hinter euch. Aha. Jede richtige Antwort 500 Euro. Musik ist... Jedes Team hat einen Publikums-Joker. Ich lass mich hier nicht ablenken. Musik habe ich... Du mal. Mode ist vielleicht nicht das Richtige für euch. So. Wir nehmen... Sag du. Mode. Jawoll. Null mit Mode aus. Ich auch nicht. Okay, ich habe das Gefühl, wir starten gleich mit einem Publikums-Joker. Ja, ja. Hier ist die erste Frage des heutigen Abends. Top bekleidet. Welches Ziel verfolgte die 1881 in London gegründete Rational Dress Society? 81. Herrenhüte sollten eine Maximalhöhe von 34,7 cm haben. B. Schulkinder beider Geschlechter sollten Röcke tragen. C. Oder C. Frauenunterwäsche sollte nicht mehr als drei Kilogramm biegen. Frauenunterwäsche? Frauenunterwäsche. Aber drei Kilo... Diese Nachricht hat mich nicht erreicht. Die hat mich nicht erreicht. Diese Hilfe kommt für mich zu spät. Schlüpfer drei Kilo. Kann man machen. Das heißt, dass die davor Klamotten hat, die mehr als zwei Kilo... BH zwölf Kilo, Schlüpfer 18 Kilo. Die sind teilweise echt gekrochen, weil es so schwer war. Ich glaube C nicht. Nee, C nicht. B glaube ich aber auch nicht. Meinst du, damals gab es dieses ganze Gender-Ding nicht, dass man sagt, alle gleich? 1881. Vielleicht. Setzt sich jemand dafür ein, dass auch Jungs Röcke tragen? Vielleicht war er auch nur ganz kurz im Amt. Ich weiß es nicht. Hat gesagt, das ist eine gute Idee. Herrenhüte sollten eine... Das glaube ich, das klingt schon ganz gut. Das klingt gut. Ich meine, die Hüte waren Statussymbol und die haben die immer höher gemacht. Und 34,7 klingt für mich nach genau so fast durch drei teilbar. Das ist genau so... Inch, Inch, Inch. Inch, Inch, Zoll. Ja, genau. Das ist genau durch drei teilbar. Ich sehe das genau wie du. Dann sag du es, dann bin ich nicht verantwortlich. Dann bist du nicht verantwortlich, aber der Zuschauer hat ja gesehen, dass du mir quasi die Rampe geändert hast. Richtig. Und ihr habt es ja auch gehört. Ihr seid auch... Ich darf nicht mehr. Ach, jetzt kommen jetzt plötzlich die Regeln. Dann sage ich A. Nehmen wir an. A. Also. Ich weiß es nicht, aber das klingt cool. Also ein Schlüpper mit 20 Kilo, glaube ich. Bernhard und Mario sagen Antwort A. Ja, Herrenhüte. Ja. Da wurden vielleicht auch die Hütehunde abgerichtet in dieser Zeit. Ja. Den Hut. Den kann man bringen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde vielerorts die sogenannte Reformkleidung propagiert. Diese sollte es vor allem Frauen ermöglichen, sich freier zu bewegen. Neben Frauenrechtlerinnen schlossen sich der Bewegung auch Mediziner an, die etwa das bis dato übliche enge und schwere Korsett als gesundheitsschädlich einstuften. Die 1881 in London gegründete Rational Dress Society forderte daher neben mehr Bewegungsfreiheit auch, dass Frauen unter Wäsche nicht mehr als drei Kilogramm wiegen dürfe. Echt? Ja. Echt? 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 Some Tage habe ich die Zeitung nicht gelesen. Echt? Ah, Gott ey! Also, er trug kleine Kleidung, das gibt eine Riesensauerei, die lassen den nicht an Bord, wobei steht natürlich auch nicht, dass er dann tatsächlich geflogen ist. Eben. Aber, also Bodypainting, ja aber natürlich ein schöner Einspielfilm, eine Dose Bier ist Absurd. aber also ich würde von wenn ich mir die frage durchlese erst mal ausschließen weil warum sollen mitarbeiter am flughafen über das ist ja wenn er jetzt im hier ist du das oder oder das ist gut dass du hast recht okay also schließen wir aus dann so das kann natürlich sein da hin hier habe eine dose bier hier australia weiß ich gerne aufgeben da kommt ein aufkleber drum ja lass uns das sagen ich bin im b man kann sich der sache logisch nicht mehr außerdem ist 0,375 unfassbar gut durch drei teil war ja wir haben jetzt so lange darauf gewartet dass barbara mal zu uns kommt hier in die sendung ja jetzt muss ich da ganz alleine durch ein junger australier hatte im sommer 2017 am flughafen melbourne zwar kein gepäck dabei aber dafür eine einzelne bierdose die er auch unbedingt mit einem kopf am ankunftsort kam die dose unbeschadet auf dem gepäckband an und wurde von dem passagier begeistert in empfang genommen grundsätzlich kann eine airline dem transport ungewöhnlicher gegenstände zustimmen wenn keine sicherheitsbedenken vorliegen so jetzt vielleicht jetzt vielleicht jetzt es hat ja noch nie eine frau gewonnen ja das hat so ein bisschen was mit gentleman zu tun dass wir beide in dem labor einfach wir nehmen einfach das schwierige einfach mal raus die mode die mode ok ja jetzt labor oder oder was kann zu tasten eines keyboards um funktioniert werden wir haben da mal was vorbereitet was kann hier sind die antwort möglichkeiten reife bananen aufgeblasene luftballons oder c bedrucktes papier ich verstehe die ganze frage nicht gut dass du hast hast also stell dir vor ein keyboard ich habe zehn bananen die reif sind und denke so angeschlossen an ein keyboard zum beispiel angeschlossen ein keyboard ja was kann die tastatur eines keyboards ersatz sie mal kaputt ist zum beispiel die ich in die küche 30 bananen schließt die dann mit dem kabel das ich zu hause immer habe an also weißt du was ich was ich ich würde ja das denken dass da gut das schöne ist dass wir offen reden können ist ja keine geheimsendung ach so kannst du sagen was du denkst ja ich bin ich finde so aufgeblasene ballons wenn ich die mit also es hat ja irgendwas mit labor zu tun wenn ich die mit edelgasen fülle und andere gase und warm und kalte gase und dann drück ich so oder oder macht mit dem finger so an den ballon dass der elektronik ich brauche letztendlich eigentlich nur ach quatsch ich brauche doch nur den impuls ich schließe doch da ein stromkreis in dem fall welche drücke macht ich muss doch den stromkreis schließen aber das klingt schon sehr nach physik leistungsgruß bei dir volle brause also das heißt wir müssen etwas bauen aus den drei sachen banane luftballon papier was elektronische spannung erzeugt ach so steine schäfer sehen so die banane könnte stromleiten du klemmst das irgendwie an und entweder machst du das eng reifer sie ist desto mehr flüssigkeit hat sie eventuell genau und wenn du ein lied spielst mit einem hohen ton musst du warten bis das bisschen reif ist es ist ein sehr langes stück aber ich müsste einfach mehrere bananen könntest du das heißt ich stecke eine pixel pixel strom vorne und nur ein stück dran dann habe ich ja nur so ein stück widerstand ja das heißt ich habe viel mehr strom die hinten habe ich ein ja ich weiß es ist es langweilig aber wie sie dass die durch nachfolgen können sie verschieben um die nächsten zwei drei tage aber das könnt ihr mir vorstellen aufgeblasene ballons also schließen wir was aus bedrucktes papier würde ich ausschließen würde bedrucktes papier auch ein aufgeblasener luftball und die idee mit der spannung fand ich total gut also die frage ist ist das eine gerät also sind es ein ballon ein ballon und du machst ich habe eine banane und muss immer erst eine banane und dann kann ich mich mit der nummer schon auf wir gehen damit auf tour werden wir werden open air wir werden ein stadion füllen mit reife bananen du hast null punkte was doch viel schlimmer ist 500 euro team bernhard ich habe damit nichts zu tun hat null euro im moment noch nicht so sicher dass sich das jetzt ändern wird also bisschen lotterie gedrucktes papier da kann ich finde ich jetzt sind wir wieder bei papier bastelt wird könnte ich mir vorstellen vielleicht leitet ja papier doch strom und das dann übereinander legt okay du sagst definitiv zehn trockenes sonst müsste da feucht ist also a b oder c bedrucktes papier ist wichtig brauchen entscheidung es ist ja mit farbe bedruckt und vielleicht ist die farbe leitend das kann sein und dann ist das antiseptisch beziehungsweise und dann ist zum beispiel eng bedrucktes papier so areal 1 ist ein sehr hoher ton bernhard entscheidung 40 wo nur ein a draufpasst auf times new roman gar nicht genau ist dann nur englisch und moll ist also eine schreibschrift ich brauche jetzt eine entscheidung sonst lassen wir den zufalls generator laufen sag jetzt der unterschied ist nicht wesentlich das ist publikum fragen die das dann sind wir raus aus der nummer wir haben was wir haben gar keine ahnung nein und vom publikum gibt es gleich ein der das gesehen hat der das weiß so die fragen wir jetzt und wir sind nicht schuld so das ist viel wichtiger das also fragen wir das leben das publikum das publikum ist reich da rein es reicht ja auch wenn viele stöhnen hat irgendeinen an plan wer wer traut sich also wir müssten echt rate ich stehe total auf dem schlauch das heißt wenn einer von euch rät haben wir zumindest einmal raten du hast eine brille aus wie so ein physik lehrer also ich glaube in dem falle muss ich sagen publikumsjoker weg hier will keiner und jetzt müsst ihr euch für ein papier mensch jetzt müsst ihr auf geht's wer hat sagt was ich bin raus ich weiß nicht nicht wir nehmen deine ballons eine ballons dann nehmen wir meine ballons ich war für banane aber okay wir sind meine barriere banane wir nehmen jetzt ballon was für banane ich war für banane aber wir haben ein bisschen durcheinander hier gerade kriegen das alles wieder geregelt so jetzt gucken wir bis eingeloggt und wir werden das jetzt überprüfen wir werden das jetzt nämlich wir werden das jetzt nämlich vormachen ich habe ich gesagt herz willkommen markus von dem physikanten so täuschend echt aussehenden bananenluftballons ja warte mal die müssen wir noch ein bisschen aufpusten die müssen wir erst mal anschließen genau ihr wart auf der richtigen fährte tatsächlich ja es geht darum was leitet den strom ja leitet den strom und bananen enthalten wasser und elektrolyte also salze verhalten sich genau wie wir menschen ja also wir leiten ja auch ein bisschen strom ich bastel schon mal ein bisschen ja ich helfe ihr mit genau und wir schließen nämlich mit diesen bananen ein stromkreis werde mich nämlich jetzt hier an diese kleine platine anschließend hilfe dieses kabels so das werde ich jetzt an meinem ehering festmachen dafür sind übrigens da so und wenn ich jetzt also eine banane berühre wird der strom dann weitergeleitet in die platine die ist dann mit dem tablet verbunden passiert nichts passiert nichts weil ich bin ja nicht verbunden so jetzt wenn du jetzt okay gut konzentration mesdames et messieurs nein ist das schön oder wunderbar komm mal schnell nach vorne wir haben noch wir haben noch was anderes die entstehen durch verschiedene barbara den markus kannst du doch mit auf tour nehmen der könnte ich doch dann immer am bei nahm ich meine musik besteht ja auch nur aus fünf tönen die töne hängen nicht von der größe der banane ab oder die töne werden dann in dem tablet erzeugt so und die platine erkennt welche banane das ist und das tablet macht dann den so nimm mal die achten ich fange gleich an zu weinen ich fange gleich an zu weinen ich fange gleich an zu weinen ist das schön Achtung nein und jetzt runter und jetzt runter ist das schön ja sowas erlebt man nur hier bei uns oder Markus vielen dank tolle geschichte wir sehen uns ja nachher nochmal wieder danke Markus von den Physikanten das war das war so schön ich finde das gar nicht mehr so schlimm dass immer noch 0 Euro sind ich weiß für euch ist das eh nicht schlimm ja das weiß ich schon ich sage noch es geht weiter nächste Kategorie was wollen wir denn jetzt nehmen sollen wir nehmen du warst ja ein bisschen für Standesamt oder Musik Machen wir Musik ist schwer oder das ist so special du wolltest so viel Blüse aber das nehmen die glaube ich eh nicht deswegen fassen wir das nicht an sonst macht es gleich blinken aber ehrlich bei dem thema können wir gleich Obst und Gemüse nehmen aber ich nehme das Wort Banane jetzt aber nicht mehr in den Mund nein dann nehmen wir Musik wir nehmen Musik ja was auch eben so schön damit Musik ihr beide die Frage weil Michael Jackson wir schaffen das wir schaffen das ich musste ihn aufbauen Entschuldigung aber das ist jetzt für die beiden die Frage ja aber trotzdem muss ich jetzt schon Outen fangen weil Michael Jackson weder Notenlesen noch ein Instrument perfekt spielen konnte a malte er seine Songideen als großformatige Bilder auf b mussten alle seine Bodyguards ausgebildete Musiker sein oder c sang er seinen Produzenten die Instrumente einzeln vor das glaube ich ich glaube dass der alles vorgesungen hat also die Bodyguards sahen mir nicht nach großer Musikalität aus aber vor allem was hat das für einen Sinn wenn die ausgebildete Musiker sind naja dann hätten ja dann hätten dies ihm dann hätte der sagen können spiel mal G und C7 und so und dann hätten dies gemacht für ihn und dann hätte er gesagt nee lieber ein D oder halb schon tiefer oder so aber ich glaube großformatige Bilder so wirkte der nicht auf mich als hätte der da immer so ich bin mir sicher der hat seinen Produzenten immer die die Instrumente einzeln vorgesungen genau wie Beethoven hat er auch seine ganzen Sachen theoretisch also hat er mir mal erzählt ja vor allen Dingen vor allen Dingen wie soll er was für ein Bild soll das sein bei der Thriller ja ja genau oder hat er überhaupt nee komm das sind ja auch keine Noten ja wir machen C ich glaube dass der gesagt hat pass auf hinten machen wir ding 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 und vorne ding 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 aber das ist mir zu simpel komm antwort C C wie soll ich kann ja auch ich kann mich auch nicht wehren ich kann mich auch nicht wehren wir hängen ja gleich die Bilder um Team Barbara schon zu Zeiten der Jackson 5 wurde alles auf Michaels wichtigstes Instrument gesetzt seine Stimme und obwohl er keine Noten lesen konnte war der King of Pop in der Lage seinen Musikern und Produzenten die Songarrangements so vorzusingen wie er sie sich vorstellte Akkorde, Noten, Rhythmus, all dies entstand in Michaels Kopf und musste von seinem Team nur noch mit echten Instrumenten umgesetzt werden Die Ok Richtig Sehr gut Dabei steht ihr bei 1000 Euro Also wir würden Trick 17 nehmen Ja Außer wir wissen es nicht Dann würden wir Aber vielleicht ist das ja was für euch Wer eine Tischkante festleimen möchte A. H. Dem helfen Schere, Klemmzwinge und A. Bilderrahmen, B. Eierbecher oder C. Fahrradschlauch. Wer eine Tischkante festleihen möchte, dem helfen Schere, Klemmzwinge und A. Also, mal ganz nur, dass wir die Frage verstehen. Nicht, dass das hilft. Also, Tischkante ist das hier. Die geht jetzt kaputt. Und zwar die ganze Kante oder nur die Ecke. Meint der hier den Umleimer? Ja, 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 hier sowas. Die ist kaputt. Ja, das bricht jetzt ab. Das möchte ich wieder festleimen. Genau, so. Das heißt... Ich brauche eine Schere. Genau. Und eine Klemmzwinge, die es festhält. Jetzt brauche ich noch irgendwas, was klebt. Ja, und ein Bilderrahmen ist rechtwinklig. Genauso wie die Kante. Das heißt, ich könnte einen rechtwinkligen Bilderrahmen dransetzen. Und dann die Schraubzwinge festmachen. Ja. Und die Schere, damit schneide ich mir dann in der Zeit meine Haare. Was mache ich mit der Schere? Die Schere kriege ich ja auch weg. Genau. Sei mal ruhig. Sei mal ruhig. Total. Eigentlich schon. Ja, ich mache alles selber zu Hause. Also, das Einzige, was... Aber bei uns brechen keine Tischkanten. Das Einzige, was man zerschneiden kann, ist der Fahrradschlauch. Das heißt, du schneidest vom Fahrradschlauch ein Stück ab, machst die Kante fest, machst dann den Fahrradschlauch drumrum und klemmst jetzt den Fahrradschlauch unter Spannung. Mein Tisch habe. Nein, das... Ne. Naja, wenn ich eine Schraubzwinge festmache. Wenn du eine Schraubzwinge so machst, dass die Kante... Ja, vielleicht bricht die ja hier ab. ...dann brauchst du eine Schraubzwinge von der Kante bis zu der Unterkante. Die hast du eh nicht zu Hause. Ich ja. Ja, die sind geil, diese Teile. Die sind echt geil. Die kann sie für nichts gebrauchen. Die kann sie für nichts gebrauchen. Ich habe auch eine Oberflächenfräse. Hast du eine 32er Nuss? Ich habe eine Ratsche mit einer 32er Nuss. Brauchst du nur, wenn du... Nur, wenn du Elektromasten auseinanderschrauben willst. Jetzt habe ich gemacht. Ich würde den Fahrradschlauch nehmen. Ich würde auch C nehmen. Und damit klemmt man den Fahrradschlauch fest. Ja, und damit ich einfach... Jetzt könnt ihr... Wir haben C. Wir locken C ein. Jetzt könnt ihr weitermachen. Der hält das fest. Fahrradschlauch, sagen die beiden. Um eine Tischkante festzuleimen, muss sie beim Trocknen fixiert werden. Hierzu können Klemmzwingen ganz einfach zu Kantenzwingen erweitert werden. Benötigt wird lediglich ein Fahrradschlauch, der in passende Stücke geschnitten wird. Die Schlauchabschnitte können nun über die Zwinge gezogen und nach innen gestülpt werden. So übt das Gummi während des Trocknens Druck auf die Kante aus. Also quasi genau so, wie ihr es erklärt habt. Ja, genau. Das war übrigens keine Begeisterung eben dieser Applaus, das war pure Erleichterung. Ja, von uns genauso. 500 Euro. Von uns auch. Jetzt hast du ja mal eigentlich gut gewählt. Standesamt, meinst du? Also du hast bis jetzt echt gute Kategorien? Kommt drauf an, welche... Ja, komm, dann machen wir Standesamt. Welche Assoziationen? Nur gute, nur gute, nur gute. Hab ich was mit Namen oder irgendwas? Ah, ja, ja. Oder irgendeine Royal... Ich hoffe ja auf eine Royal Wedding. Guck mal hier. Wem es erlaubt ist, abseits der Eheschließung seinen Nachnamen zu ändern, weil er beispielsweise persönliche Nachteile bringt, der a. darf seinen neuen Nachnamen frei erfinden, b. muss einen Nachnamen aus dem Familienstammbaum wählen oder c. bekommt vom Amt Vorschläge, aus denen er aussuchen kann. Ich glaube, man kann frei wählen. Echt? Ja. Ganz kurz. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Herr Müller aus Zimmer 1741 dir sagt, also ich fände Ohlschläge als... Da kannst du sagen, Schowulske. Ich möchte Schowulske heißen. Herr Barth, Herr Barth, Sie sitzen nicht da drüben, Sie sind mein Team. Ich versuche Sie ja in eine andere Richtung zu bringen. Das solltest du aber auch nicht sagen. Dann sag ich jetzt gar nichts. Also... So. Also. Es geht ja um den Nachnamen. So. Also B schließt sich aus. Sicher? Ja. So. Nachteil. Jetzt müssen wir einen Nachteil finden. Nehmen wir mal an, der Nachteil wäre Welke. Das ist ja, sagt man, ach der Welke, lustig, lustig. Da macht man vielleicht Scherze drüber. Dann sagt der Olli, ich möchte nicht mehr Welke heißen. Ich finde es wahnsinnig lustig, dass Elton, der jetzt nun seit mehreren Jahrzehnten ohne Nachnamen durchs Fernsehen stolpert, sich über die Nachnamen anderer lustig macht. Ich mach mich ja gar nicht lustig. Ich nenne es nur mal als Beispiel. Wenn man doch mal wüsste, wie du heißt. Also ich finde jetzt Welke überhaupt kein Problematisch. Es sei denn meines Erdner. Ja, also wenn man ein Problematisch-Namen hat, dann... Okay, passt auf, ich wollte es vermeiden. Dann was? Dann was? Talking about Nachnamen. Nein. Ich wollte Pflaume nicht retten. Ich war schon mal beim Standesamt, hab nachgefragt, hab gesagt, hallo, ich heiße Kai Pflaume, ich möchte ja meinen Namen ändern lassen. Und da hat der Mann gesagt, das kann ich verstehen, wer möchte schon Kai heißen? Also, also ich glaube, dass der Mann, also dass das Amt einen Vorschlag macht, das kann nicht sein. Das ist abalbern. Du darfst dir deinen Nachnamen frei erfinden. Also kann das, der kann sich den Nachnamen wahrscheinlich... Ja, wir sagen A. Wir sind so, ich danke, Herr Pflaume. So, A ist eingeloggt. Ihr sagt, man darf seinen Namen frei erfinden. Wer seinen Nachnamen unabhängig von Hochzeit oder Scheidung ändern möchte, da er beispielsweise persönliche Nachteile bringt, kann einen Antrag beim Standesamt stellen. Dabei darf der Antragsteller den Namen laut allgemeiner Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen frei wählen. Ausgedachte Namen sind grundsätzlich erlaubt. Jedoch werden auch diese vor Genehmigung einzeln auf einen möglichst komplikationsfreien Alltagsgebrauch geprüft. Ja, richtig. Ihr dürft ja auch hier die Antworten frei wählen und ihr habt das bisher sehr erfolgreich getan. Ihr steht bei 1500 Euro. Alle Antworten richtig. Das ist ja geil. Hätte ich nie gedacht. Das hätten wir auch falsch gehabt. Hätten wir auch falsch gehabt einfach. Dann sind wir jetzt für total genial. Und jetzt ist Tisch Fuß. Eben bei Kante, jetzt auf den Fuß. Ich dachte, das hat auch was mit Physik zu tun. Welches praktische Hilfsmittel lässt sich aus vier Bleistiften und drei Gummibändern bauen? A. Halterung für einen Tablet-PC. B. Wasserwaage zum Ausrichten von Bildern. Oder C. Nussknacker für diverse Nusssorten. Langsam. Langsam. So warm gemacht. Vier Bleistifte, drei Gummibänder. Wasserwaage zum Ausrichten von Bildern kann ich mir kaum vorstellen, weil da brauche ich ja eine Referenz. Ein bewegliches, der Gravitation folgendes Element. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Dass du das super in der Definition kennst. Aber du weißt, was du gesagt hast. Ich habe mich selber nicht verstanden. Richtig aber. Halterung für einen Tablet-PC. Es könnte zum Beispiel sein, dass du drei Bleistifte nimmst und mit zwei Gummibändern zu einer Rolle verbindest. Den vierten Bleistift steckst du aufrecht hinten rein und machst oben ein kleines Gummiband, also ein Gummiband drum, damit es sich nicht nach rechts und links verschiebt. Dann stellst du das Tablet-PC, den Tablet, den, das Gerät, dem Gerät, stellst du dann in dieses Dreier-Element, was nicht verrutscht und wird durch den anderen gehalten. Nussknacker. Ja, lass uns mal. Für diverse Nusssorten. Ich habe vier. So. Wir machen die unten zu. Jetzt haben wir diese. So, das ist unsere Idee. Und dann halt, dann drück ich so fest. Und dann drückst du immer da, wo der Nuss ist, wo die Nuss ist, machst du so. Und der Gummi, das, dem Gummi, das Gummi, der Gummi, das Gummi. Kommt drauf an, wofür du es verwetztest. Hält dann hinten die Bleistifte fest und dann, Halterung für ein Tablet-PC kriege ich bestimmt mit vier Bleistiften und drei Gummis hingebastelt, aber. Also unten ein Dreieck vorne und an allen drei Ecken machst du ein Gummi dran. Und an das Oben noch ein Bleistift, der nach hinten zeigt, der das nach hinten abstützt. Und dann legst du den dagegen. Und die Gummibänder sorgen dafür, dass es nicht wegrutscht. Aber dann habe ich doch einen Bleistift. Ja, damit es eben nicht umkippt. Du hast drei, du hast einmal das. Und das liegt auf dem Boden als Plattform. Nein, 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 das liegt jetzt so. Jetzt brauche ich von dir noch einen Finger. Kriegst du. So, und diesen Finger. Ja, genau. So, zack. So steht das jetzt. Und da, da. Dann mache ich hier ein Gummi, zwei Gummi, drei Gummi. Da, da, da. Drei Gummi. Und da sind drei Gummis. Auch eine geile Idee. Und dann steht das da drauf. Und weil das Gummis sind, kann der nicht runterrutschen, weil die Gummis haften. Der Grip ist da. A oder C würde ich nehmen. Mir ist es egal. Ich bin jetzt eher für A. Heute haben wir einen Lauf. Du bist für A. Ich bin eher für A. Aber sag du jetzt. Dann nehmen wir einfach A. Nee, dann kann ich einfach nach Hause fahren und sagen, ich hätte es anders gemacht. Aber Bernhard wollte A. Okay, dann haben wir nehmen A. Für mich ist es viel cooler. Ich kann einfach alles auf dich schieben. Und wir haben es ja ganz anschaulich für Sie aufbereit. Super, jetzt haben Sie Nüsse hier. Ich gehe kaputt. Drei Bleistifte werden an der Spitze mit einem Gummiband verbunden. Dann werden sie an der Radiergummiseite auseinandergestellt, sodass eine Tippy-Form entsteht. An einer der unteren Seiten wird dann mit zwei weiteren Gummibändern ein Bleistift quer angebracht. Fertig ist der Tablet-Ständer. Ich bin trotzdem erleichtert. Aber auch. Tausend Euro, Maul. Also, na, na. Absolut. Ich darf weiter nix, das läuft gut bisher. Ich denke, Barbara darf ruhig aus weiter aussuchen. Das ist alles super. Kommen wir mal an Gesundheit. So, genau. Ja, so. Stopp. Wenn doch gleich Obst und Gemüse kommen. Wer über mehrere Tage heilfastet? A. Hört Töne in hohen Frequenzen schlechter. Hat Hunger. B. Bekommt einen gelb-orangen Hautton. Oder C. Riecht allmählich nach Nagellackentfernern. Also ehrlich gesagt erscheint mir Letzteres nicht, dass ich mit Fasten in irgendeinem was überhaupt nicht mein Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es C ist, weil Nagellack ist Aceton, Aceton ist Säure. Und Säure wird, glaube ich, man macht ja immer Heilfasten, um basisch zu werden, um säurelos zu werden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Nagellackentferner ist vielleicht ein bisschen hart. Aber Aceton oder in irgendeiner Form Säure wird man sicher los, wenn man irgendwas los wird in dieser Zeit. Ja, so A. Hört Töne in hohen Frequenzen schlechter. Kann auch. Warum, ja. Weil... Man bekommt einen gelb-orangen Hautton, ja, man sieht gesünder aus auf jeden Fall. Und du trinkst viel von diesem gelben Tee wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Kennst auch nicht. Neltons Bruder heißt übrigens Aceton. Ja, komm. Für mich mit dem Thema Säure, man sagt immer, ich muss, ich bin übersäuert und deswegen mache ich einen Heilfasten. Und Aceton ist Säure. Also A, schließen wir aus. Es bekommt eine gelbe... Ich bin mal gelb-orangen Haut noch nicht so... Wir haben ja auch noch Publikumsjoker, aber du bist schon wieder so... Viel nur, dass du gesagt hast, kommen wir in den Ziel. Ja, aber lass uns doch den, den, äh, lieber den nehmen, wenn man gar keinen Ansatz hat. Den Publikumsjoker. Du hast die Sendung komplett verstanden. Ja, 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 ja. Ich habe mir das jetzt jahrelang angeguckt und meine Statistiken dazu gemacht. Und erst heute hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich gewappnet. Die Erklärung ist super, ist doch völlig wurscht, was hinterher rauskommt. Wir haben totalen Abstand. Wir nehmen C. Oder? Wir nehmen C. Ja. Und, und vielleicht ist das... Leila. Okay. Macht der Atze mal einen Ton, riecht's schon mal nach Atze-Ton. Und sag mal, ist das richtig? Ich weiß, dass ich mir gucke. Beim Heilfasten wird dem Körper über mehrere Tage feste Nahrung entzogen. Durch den Mangel an Kohlehydraten können körpereigene Fette nicht mehr vollständig in Traubenzucker umgewandelt werden. Die somit frei werdenden Fettsäuren werden in Ketonkörper umgewandelt, wozu auch Aceton gehört. Der Körper scheidet es über den Urin, Schweiß und die Atemluft aus, was den Fastenden nach Nagellack entfernen riechen lässt. Denn der enthält Aceton als wirksames Lösungsmittel. right? Das war nicht schlecht! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Haaaah! Ich soll gehen. Ich brauche hier gar nicht mehr mitmachen. Ich habe eine, Frau und Zeit. Du bist viel zu schlau fürs Fernsehen. Ihr steht bei 2.000 Euro. So, bitte. Hier hat aber einer richtig Bock. Wir nehmen das Fragezeichen. Wenn die ganze Geschichte der Erde in einem Jahr dargestellt werden würde, A, wären die Dinosaurier zur Sonnenwende ausgestorben, B, gäbe es bis zum 4. Oktober kein Leben auf der Erde oder C, würde der Homo sapiens 5 Minuten vor Jahreswende Europa besiedeln. Sag mal Mario, sonst wissen die Leute nicht, worauf du gezeigt hast. Also ich persönlich würde 10 nehmen, glaube ich, weil man, ich habe mal ein Buch gelesen. Zack, Geschichte zu Ende. Da ging es um das Gehirn, dass es ein reptiles und ein psychologisches Gehirn ist. Und dass unser logisches Gehirn, was wir haben, gerade mal 5 Minuten alt ist, solange es die Evolution gibt. Ich glaube schon, dass irgendwie so, dass es die Erde schon wirklich lange gibt und wir würden innerhalb von 5 Minuten, äh, hätten wir das geschafft. Und es gibt es doch nicht so lange. Also die Erde ist 4,6 Millionen Jahre alt, glaube ich. Man kann das ja ausrechnen. 4. Oktober ist, du teilst 4,6 durch 4 mal 3 und dann weißt du, nach wie vielen Millionen Jahren wir sind am 4. Oktober. Hätte man erst nach 3 Millionen Jahren... Menschen auf der Erde. So. Lebewesen. Lebewesen auf der Erde. Das heißt aber... 3 Millionen Jahre gab es gar nichts. Das ist volliger Quatsch. Ja, die Erde ist 4,6 Millionen Jahre alt, die ist ja auch 40. Ja, ja, eben, deshalb, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil dann hätten die eine Weile im Weltraum gelegt... Aber es ist durch drei teilbar. Ja, genau. Wir hätten... Ja, 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 4,6 Milliarden. Ich hab mich doch schon korrigiert. So, 4,6 Milliarden. Das heißt, nach 3... vor einer Milliarde Jahre ist das erste Leben entstanden. Und ich glaube, das war kürzer. Würde der... 5 Minuten ist wirklich sehr knapp, haben Europa besiedelt. Das war vor 10.000 Jahren. Und vor... nicht vor 200.000 Jahren, wo der Mensch entstanden ist. Aber das kann natürlich... Ich... vom Gefühl... Nee. Nein. Das ist dann nach entstanden. Das sind 600 Millionen oder so. Ich bin ra... ich tu dir... ich geb dir das Gefühl, als wenn ich dir voll zugehört habe. Also zu welcher Entscheidung bringt das... Wir nehmen das, was der Mario sofort gesagt hat. Nimm C. Nimm C. Ich würd C sagen. Ich habe ein Buch gelesen. Ja. Briefe von Felix. Vielleicht ist es falsches Buch. Briefe von Felix. Um die bisherigen etwa 4,6 Milliarden Jahre der Erdgeschichte vorstellbar zu machen, haben Wissenschaftler diese symbolisch in einem einzigen Jahr dargestellt. Vom 1. Januar bis in den April hinein bliebe die Erde völlig leblos. Danach entwickelten sich die Einzeller, aus denen bis Anfang Oktober vielzellige Lebewesen entstünden. Erst am 25. November erschienen auf der Erde die ersten Wirbeltiere. Und am 13. Dezember die Dinosaurier. Homo sapiens, der moderne Mensch, würde erst am 31.12. in der letzten Stunde vor Mitternacht auf den Plan treten. Und nur fünf Minuten vor Jahresende, also etwa vor 45.000 Jahren, Europa besiedeln. Wenn man Müger liest. Nee. Da hättet ihr nicht so lange rummachen müssen. Nee. Nein. So, ihr steht bei 1.500 Euro. Bleiben dran. Bleiben dran. Ihr müsst konzentriert bleiben. Tierisch, tierisch. Ein Bison hat im Vergleich zum gewöhnlichen Hausrind... Wir haben da mal was vorbereitet. Oh! Jetzt kriegt sie wieder Milch-Einschuss. Immerhin noch! Ein bisschen dezent bitte mit dem Applaus. Aber auch ein Bison freut sich. So, und Jens Kohlhaus freut sich auch über Applaus. Süß. Denn der hat das Bison-Baby mitgebracht. Wir sehen es anders aus. Buffalo Bill heißt es. Gott, der ist süß. Ja. Der ist ja wirklich süß. Schaut ihn euch ruhig ein wenig an. Den mit der Hose oder den anderen? Beide. Das Tier lieber. Ach so. Ach ja, da ist ja auch ein Tier. Aber zur Beantwortung der Frage lohnt es sich, auf das Baby-Bison zu schauen. Ein Bison hat im Vergleich zum gewöhnlichen Hausrind... A. Einen Lendenwirbel weniger. B. Die Fähigkeit, Fleisch zu verdauen. Oder C. Einen Magen mehr. Ich glaube, wenn anschauen... Du bist nicht dran. Können wir den mal aufmachen? Ich wollte gerade sagen. Also ehrlich gesagt, das Erste, was einem auffällt, ist, dass sie so einen Buckel haben. Und deswegen würde man denken, dass sie einen Lendenwirbel weniger haben. Weil es geht ja immer so bei Bison. Aber Lenden... Was ist Lendenwirbel? Lendenwirbelsäule. Ja, was denn sonst? Dann ist das A nicht, weil alle Tiere... Selbst Giraffe haben immer die gleiche Anzahl... Säugetiere haben gleiche Anzahl... Da hast du mehr Erfahrung. Die Fähigkeit, Fleisch zu verdauen. Und einen Magen mehr halte ich auch für... Das halte ich auch für wahrscheinlich. Einen Magen mehr. Hier würde ich mal das Publikum fragen. So, wir haben das noch gar nicht wirklich ausdiskutiert. Also die Fähigkeit, Fleisch zu verdauen, kann natürlich sein. Weil so ein ursprüngliches Bison, wenn er in der Prärie lebt, da ist wenig Gras. Aber auch wenig Tier. Ja, aber vielleicht aß, wenn was liegen geblieben ist. Vielleicht kann er das fressen und dann tatsächlich auch verdauen. In der Natur muss ja alles einen Sinn haben. Warum hat das einen Magen mehr? Da muss es ja eigentlich noch mehr fressen. Den Magen mehr hat es vielleicht, um mehr Lebensmittel speichern zu können für die lange Zeit in der Steppe. Was machst du im Magen? Lebensmittel speichern? Ja, ich ja. Ich habe drei Magen. Es hat sich bisher nie die Gelegenheit ergeben, das zu erzählen, aber heute ist es soweit. Ich habe drei. Was wollt ihr denn machen? Publikum fragen? Ja, komm. Oder? Ja, nehmen wir das Publikum. Oh, du bist hier und not convinced. So, jetzt nehmen wir das Publikum. So, wir... Ja, sag ich doch, da hat sich schon jemand... ...geklatscht, hä? Gemeldet. Ach, ja, hier. Aufstehen. Ja, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Oh! Sehr gut. Das ist immer gut... Hallo. Wie heißt du? Tanja. Es ist immer gut, eine Bison-Expertin hinter sich zu wissen. Tanja, wo kommst du her? Aus Braunschweig. Jetzt nicht unbedingt die Bison-Hochburg. Nein, das ist richtig. Hast du schon mal Erfahrungen mit Bisons gesammelt? Ja, in der... Beruflich? Ja, wirklich? Ja, in der Bedienungstheke. Und ich bin der Meinung... Moment mal, das musst du kurz erinnern. Als wir Bison verkauft haben, als Steak. Ah! Bison Steak? Okay. Und ich glaube, es ist A, der Lendenwirbel. Woraus ziehst du diesen Glauben? Ich hab das irgendwo noch im Hinterkopf, dass mir das mal gesagt wurde. Also es ist ein tiefer, ein überzeugter Glaube an A. Wäre auch mein Impuls gewesen, weil sie anders aussehen. Die gehen ja hinten so ein bisschen runter. Wir gucken mal. Wir lösen mal auf. An der Theke, als ihr das Bison als Steak verkauft habt. Ich weiß nicht, ob Buffalo Bill das jetzt gerne hört. So, jetzt... Jens grüßt dich. Herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Hallo, Kai. Da hat er gezuckt eben, ne? Ja. Wie alt ist Buffalo Bill jetzt? Der ist 14 Wochen alt. Ach so, und 14 Wochen? Wie kommt das, dass der jetzt bei euch lebt? Also ihr habt ja einen Hof in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Wir halten ganz viele Großexoten. Da haben wir dann Kamele und Büffel und Bisons und Elche und all sowas. Und der ist jetzt bei uns abgegeben worden, weil die Mutter gestorben ist. Und wir nehmen sowas auf und ziehen das dann auf. Ja. Wie groß wird der mal? Oh, der wird riesig groß. Das ist ein Bulle. Ja, und er gibt drei Bison-Arten. Das gibt den europäischen Bison, den Wiesent, den Waldbison. Der wird bis zu zwei Meter im Rücken hoch. Und das ist der Prärie-Bison hier. Ein bisschen kleiner, aber fast eine Tonne schwer nachher. Wow. Und wie lange dauert das, bis der so groß gewachsen ist? Das dauert sehr lange. Jetzt frag doch mal die entscheidende Frage. Ja, ja, das kommt ja jetzt. Barbara. So, jetzt aber zur entscheidenden Frage. Ja, Antwort ist A. Das ist für mich genau so. Es ist niemals so. Tatsächlich einen Wirbel weniger. Genau. Und woran liegt das, dass wir auch diese Information noch mit nach Hause nehmen? Ja, die haben einen Lendenwirbel weniger. Das ist anatomisch bei denen so genauso wie bei den Yaks. Die können sich auch anders fortbewegen als unsere Rinder. Die ziehen die Beine, ja, sehr harmonikaartig vorne und Hinterbeine zusammen. Die sind wahnsinnig schnell, ne? Und dadurch können die dann wesentlich schneller laufen und wesentlich schneller sprinten. Die haben auch eine größere Lunge und können schneller als ein Pferd und das stundenlang laufen. Also, wir haben es geklärt. Ja, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute. Und ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommen kann, wenn er ausgewachsen ist. Wir hoffen das. Wir wollen mal gucken. Danke, Jens. Dankeschön. Alles Gute für euch. Jetzt auch. Komm. Jens Kohlhaus. Guck mal, so schnell ist das Haus. Süß. War verlobt. Super. So, das war wieder richtig. Ja, dank des Publikums-Jokers. Und damit steht ihr bei 2.500 Euro. Sehr gut. Huiuiui. Alle Fragen bisher richtig beantwortet. Und jetzt geht's so langsam auf die Zielgerade für diese Runde. Wir haben noch Obst und Gemüse und Unterwasser. Wir nehmen Unterwasser. Tauchschein, hast du einen Tauchschein? Überhaupt gar nicht. Kennen wir uns nicht mit aus, aber wir stellen uns der Herausforderung. Es geht um das Meerohr. Das Meerohr. A. Ist das weibliche Gegenstück zur Nasenschnecke. B. Sucht sich im Kindesalter einen Seeigel als Beschützer. Oder C. Hat zwei Segelohren, um seine Feinde auszuhorchen. Okay, das Meerohr ist ein Tier, ja? Oder was ist das? Sagen wir mal so. Alle Antworten ergeben ein Tier. Dann ist es ein Tier. Ja. Das Meerohr sucht sich im Kindesalter einen Seeigel als Beschützer. Also sowas habe ich schon mal irgendwo irgendwie gesehen. Dass der Seeigel da drauf sitzt und deshalb kommt man nicht mehr an das Meerohr ran. Ne, an das Tier ran. Ob das das Meerohr ist, weiß ich nicht. Hat zwei Segelohren, um seine Feinde auszuhorchen. Dass wenn die kommen, dass er die hört. Ja? Glaube ich nicht. Das Segel, hast du schon mal einen Fisch mit Ohren? Also mit Segelohren. Also es geht ja nicht nur um einen Fisch mit Ohren. Es ist ja oft, dass man Fische mit Ohren sieht. Ja, ja, genau. Aber es geht um Segelohren. So Dummbos unter Wasser. Dummbos unter Wasser ist komplett richtig. Die Feinde aushorchen. Damit sie dann zum Petze verstehen. Ja, genau. Und dann besprechen die sich. Die wollen von links kommen. Ja, echt. Aber nicht mit mir. Wir verstecken uns hinter der Koralle. Ja. Und dann holen die sich den Seeigel. Als Türsteher. Ich finde es eine gute Sache. Also es kann sein, dass das ein Fisch ist. Der hat einfach zwei große Auswülstungen, die man als Ohren bezeichnet. Und der hört seine Gegner, wenn die ankommen. Genau. Wenn sie kommen, wenn die sich verteilen, dass er sich orientieren kann. Das kann natürlich sein. Aber ich kann nicht nur emotional antworten. Welche Richtung würdet ihr denn tendieren? Ich fände Beschützer im heutigen Zeitalter toll. Im Kindesalter, ich stelle mir das schon vor, wird so ein Meerohr geboren. Die Mutter hat zu tun. Ist ja heutzutage so. Wir müssen beide arbeiten. Schafft ja eine alleine nicht mehr. Genau. Dann suche ich mir einfach einen Seeigel als Beschützer, damit man mich nicht kaputt tritt. So ein Orpair. Ein Orpair? Ja! Alleine wegen dem Gag müssen wir es. Selbst wenn wir verlieren, dann ist es… Verloren haben wir noch lange nicht. Wir sind im Endspiel dabei. Okay. Ich finde das mit dem Beschützer einfach auch… Selbst wenn das falsch ist, kann man dann ein Kinderbuch draus machen. Ja. Okay. Also ein kleines Meerohr. Manni, das Meerohr. So. Bernhard? B. Ich bin fürs Meerohr. Ich weiß sogar schon, wie das Kinderbuch anfängt. Ja, es war einmal. Kommt ein Seeigel zum Arzt. Sagt der Arzt, was fehlt Ihnen denn? Sagt der Seeigel, ich habe mir da ein Meerohr eingetreten. So. Ich hätte gerne Meerohr. Das Meerohr, auch Seeohr oder Abalone genannt, ist eine Schneckenart, die in Küstennähe in den heißen und gemäßigten Klimazonen vorkommt. Ausgewachsene Meerohren werden 25 bis 30 Zentimeter groß. Junge Meerohren besitzen noch keine starke Schale und ausreichende Haftkraft und sind so eine leichte Beute für Fressfeinde, wie zum Beispiel Fische. Um sich zu schützen, sucht das Meerohr aktiv die Nähe eines Seeigels. Seine Staffeln bewahren es vor Anreifen. Erst wenn das Meerohr eine Größe von etwa vier Zentimetern erreicht hat, verlässt es den Seeigel. Wir haben jetzt 2.000 Euro. Allzu schön. Manni, das Meerohr. Lass uns das wieder ab. Oh, Meerohr. Aber beim Finale können wir wieder alles verlieren. Manni, das Meerohr. Manni, das Meerohr. Ja, 2.000 Euro auf eurem Konto. Und wenn Sie noch mehr von solchen schönen Filmen sehen wollen, dann schauen Sie mal auf unserer Website, wer weiß denn sowas, oder auf unserer Facebook-Seite, unserer Instagram-Seite. Da finden Sie unsere kleinen, schönen Filmchen nämlich dann auch im Nachgang zur Sendung nochmal. So, eine Frage habt ihr noch? Ich würde jetzt gerne auch mal eine Kategorie aussuchen. Ja. Aber Elton, Elton, nein, besser nicht. Okay. Es lief bisher so gut, wenn Barbara ausgesucht hat. Wir nehmen Obst und gemacht. Ich bin beruhigt. Die letzte Frage in dieser Runde. Wer dafür sorgen möchte, dass Karotten keine Bitterstoffe entwickeln, sollte sie A. zusammen mit Äpfeln lagern, B. erst nach dem Schälen waschen oder C. möglichst schüttelfrei nach Hause transportieren. Was? Also, erst nach dem Schälen waschen. Das finde ich komisch. Das finde ich gut. Das findest du gut? Ja. Also zusammen mit Äpfeln lagern ist so ein bisschen, ja, es soll nicht bitter werden, deswegen legt man es zu was Süßes. Das finde ich ein bisschen sehr auf die Zwölf. Auf die Zwölf. Ähm, ist es nicht so, dass man Bananen legt man doch immer alleine oder die hängt man, dass sie nicht mit anderen Sachen oder irgendwas darf man nicht zusammenlegen und so. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Karotten so ist. Wegen des Reifeprozesses. Wegen des Reifeprozesses, richtig. Mit dem Schüttelfrei. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Weil da vielleicht so bblblblblblblblblblblblblkw wird da irgendwas freigesetzt, was da ... oder? Und erst nach dem Schälen waschen halte ich fürn Quatsch. Du hast doch gerade gesagt, B hältst du gut, jetzt ist es auf der Schal. Ja, ja, gut. Was macht das? Nach dem Schälen waschen … also, wenn dann ist ja die Problematik in der Schale, oder? Also ne, ist sie nicht. Aber ich glaub auch mehr, dass das in der Schale ist. Weil zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich die Karotte schäle, schmeckt sie süßer als mit Schale. Richtig. Also macht doch B ja schon mal keinen Sinn. Richtig. Also C. Oder es ist so bescheuert. Ja, es ist bescheuert und das ist ja auch das Lustigste. Genau. Wahrscheinlich wird dadurch irgendwas freigesetzt. Irgendwelche Stoffe werden aufgeschlagen, wenn du dir so einen Saft machst. Dann muss der doch auch auf eine bestimmte Geschwindigkeit zentrifugiert werden. Deswegen zahlt man ja 400 Euro für so ein Gerät und nicht 120. Weil bei 400 Euro Geräten wird es so schnell zentrifiguiert, dass spezielle Stoffe aus den Gemüsen rausgefiltert werden. Wie macht deine Saft besser? Wir nehmen C. Nicht euer Ernst, oder? Schüttelfrei. Ja, wirst du nicht. Laut Lebensmittelchemikern ist pro Bündel Karotten ungefähr eine dabei, die bitter schmeckt. Die Pflanzen bilden diese Stoffe als Stressreaktion, zum Beispiel ausgelöst durch Fressfeinde. Doch die Bitterstoffe können laut Forschern auch noch nach der Ernte entstehen. Etwa durch zu viel Geschüttel beim Transport auf Förderbändern. Es wird daher geraten, das sensible Gemüse vom Markt möglichst schüttelfrei nach Hause zu transportieren. Also wir halten also fest, 3000 Euro auf dem Konto und ich möchte nicht zu nahe treten, aber... Ich sag doch gar nicht. Soll ich mal öfter kommen? Ich finde, die Barbara hat sich eine kleine Extra-Belobigung verdient, oder? Ja? Ja, komm. Ich wollte es ein bisschen vom Ausgang des Spiels abhängig machen. Aber jetzt sage ich es. Aber jetzt sage ich es. Ich sage es jetzt. Was? Ich sage es jetzt. Die Barbara geht auf Tour nächstes Jahr. Ja, oder? Ja, das stimmt. Und jetzt mit diesem Ergebnis habe ich richtig Rückenwind. Wenn ich nächstes Jahr im März, du, da bin ich in allen großen Städten. Ja, nicht schon alles verraten. Komm gerne. Ich bin der blonde Engel, doch wenn es drauf ankommt, knall ich dich ab. Mir egal, du wirst mir nicht entkommen, wenn du mit nach andern gehst. Du bist mein erstes Date seit Jahren. Ich zieh dich schon mit den Augen aus. Alles Gute und so weiter. Toi, toi, toi und Glück. Ich blase sie aus, die nächste Kerze trinkt. Ah, ich lade euch alle rein. Sag da auch nochmal. Ja, einfach kommen. Im März ist es soweit. März nächsten Jahres. Das wird ein Spann. So, ihr seid jetzt wieder dran. Wir gehen da auch hin. Ja, klar. Erste Reihe Hamburg sind wir dabei. Und ich bin gespannt, ob du dich konzentrieren kannst. Das wäre schön. Könnt ihr singen? Eben nicht. Nein. Aber wir könnten mit den Bananen. Okay. So, jetzt kommen wir zum Finale. Wir schauen ganz kurz auf den Zwischenstand. Bernhard und Mario haben 2.000 Euro erspielt. Elton und Barbara haben 3.000 Euro auf dem Konto. Und damit kommen wir jetzt zur ersten Entscheidung. Hier ist das erste kleine Finale der heutigen Sendung. So, und die Kategorie, aus der die erste Masterfrage kommt, ist Literatur. Ja! Das ist gut. Du hast ein Buch gelesen. Das ist richtig. Das ist komplett richtig. Ihr müsst jetzt bitte setzen. Lief gut heute. Ich habe ein gutes Gefühl. So, Barbara und Elton haben schon gesetzt. Wir haben 10.000 Euro gesetzt. Jetzt haben wir 20. Wir haben jetzt 20. So, beide Teams haben ihren Einsatz gemacht. Hier ist die heutige erste Masterfrage. Welcher Roman wurde mit Julia Roberts in einer der Hauptrollen verfilmt? A. Die Jury, B. Die Firma oder C. Die Akte? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben einen Betrag gesetzt und darauf schauen wir zuerst. Bernhard und Mario haben gesetzt. 2.000 Euro erspielt und 1.000 Euro gesetzt. Können also auf 3.000 Euro kommen, wenn sie eine richtige Antwort haben. Elton und Barbara haben 3.000 Euro erspielt und gesetzt. 1.001 Euro. Ja, verhaltene Freude, aber ist ja besser den Spatz in der Hand und so, ne? So, gucken wir mal, auf welche Antwort ihr gesetzt habt, getippt habt. Bernhard und Mario haben gesetzt auf. Antwort C. Elton und Barbara haben gesetzt auf. Antwort A. Wobei, ich hatte auch zuerst C. Alle drei Romane, klar, von John Grisham. Alle gelesen. Du hast alle gelesen? Alle gelesen. Und als Hörbuch gehört. So, in den Verfilmungen. Die Akte, männliche Hauptrolle, Denzel Washington. Die Firma, männliche Hauptrolle, Tom Cruise. Und die Jury, männliche Hauptrolle, Matthew McConaughey. Ach so, okay. Matthew McConaughey. Die Frauen an den Seiten waren, äh, Jean Triplehorn, Sandra Bullock und eben Julia Roberts. Sandra Bullock? Und an der Seite von Julia Roberts stand in der Verfilmung von Die Akte, Denzel Washington. Es ist Antwort C. Ja, da war's denn, da war's denn. Hinten raus. Und damit gewinnen Bernhard und Mario diese Runde mit 3.000 Euro auf dem Konto. Lass uns mal nachdenken. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wie kann man sich denn mit so wenig Wissen so durch diese Wände hier schicken? Was kann ich dir sagen, Barbara? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir sagen. Das ist meine Effizienz, Barbara. Im richtigen, du musst das wenige Wissen in den richtigen Momenten nutzen. Was siehst du, das ist, das wussten die Leute auch. Oh nein, das wusste ich ja. Ihr wisst doch einfach. Das war mir so unmicher, das war mir so unmicher. Sonst hätte ich mich früher gesetzt. Ich habe keiner Filme gesehen. So muss natürlich, muss natürlich sagen, dass du jetzt, äh, dass du jetzt so abgefangen wurdest, du bist quasi auf der Zielgeraden, ist ja schon schlimm genug, aber jedes kommende Treffen mit Mario Barth, ja? Wird ein Stich hinmal, also war früher schon schlimm, aber jetzt wird es noch schlimmer. Liebe Barbara, danke, dass du auch wieder bleibst. Kommt mit oben in die Kammer. Nein, du kannst sitzen bleiben. Dankeschön, Barbara. Oh mein. Ach, Barbara. Ja. Oh. Und hier. Ich war mir so unsicher. Und da haben wir es wieder, ne? Ich kann sein. Es ist einfach Programm, Männer sind faul. Und es macht einfach nichts. Ich muss euch aber noch sagen, was ihr gewonnen habt. 3.000 und, äh, 3.000 Euro habt ihr gespielt. Es sind für jeden von euch 40,54 Euro. Ja. So Mario, bevor es für dich wieder auf Tour geht, geht es jetzt erst mal hier auf den ersten Halbminnel. Ich weiß nicht, ob sie möchte. Tut mir leid. Es tut so weh. Ich weiß. Gegen jemand wie dich zu verlieren. Da fragt meine Frau Furtwängler, die ist heute noch sauer, glaube ich. Oh Mann, echt. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe einfach, ich werde eins mit dir zu tun. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, du bist doch auch beim Fernsehen. Du bleibst einfach hier stehen. Ja. Kriegst jetzt noch mal einen Applaus und wir verlieren dich dann einfach im Kamerabild. Okay. So, der erste Platz im Halbfinale ist besetzt. Und bei uns geht es direkt weiter mit Runde zwei. Klatsch bei Wer weiß denn sowas XXL. Dieter Hallervorden gegen Oliver Welke. Und jetzt in Runde zwei Hans Siegel gegen Sebastian Ströbel. Meine Damen und Herren, Hans Siegel und Sebastian Ströbel in Runde zwei. So, viel Spaß, viel davon. Ja, das Spiel hat mich gerade hier mit Barbara an Bayern München Finale gegen Manchester United erinnert ein bisschen. Jetzt reißt du doch nicht so alte Munden auf. Ja, tut mir leid. Ja, quasi in der Nachspielzeit, ne? Noch abgefangen. Trefft ihr euch manchmal eigentlich so, auch privat? Also gibt es so Bergspezialisten-Treffen, wo dann der Bergdoktor und der Bergretter auch mal zusammenkommen, sich austauschen über die letzten Erfahrungen am Berg? Genau hier treffen wir uns einmal, weil Sebastian dreht dort, nicht dreht da und die Wege sind weit. Also unterschiedliche Berge. Oder das Oktoberfest, das ist dann die Schnittmenge, die gemeinsam. Ich habe ja immer gedacht, es gibt so einen Fernsehberg, wo alle Serien gedreht werden. Vorne am Berg der Bergdoktor, hinten am Berg der Bergretter. Brokeback Mountain haben wir auch schon da gehabt. Das ist eine gute Idee, die ARD wird so machen, glaube ich. Aber wir sind am ZDF, da läuft es noch ein bisschen anders. Kann sich jeder noch seinen eigenen Berg leisten. Richtig. Okay, also apropos leisten können. Bei Team Bernhard können die Menschen dahinter sich schon ein bisschen was leisten. Die haben ja heute schon mal gewonnen. Es bleiben 74 an der Zahl. Hinter Bernhard in der zweiten Runde. Ich bin ja im Wechsel. Und hinter Elton und Sebastian Ströbe sind es nach wie vor 50. Und mit neuem Mut, neuer Energie und neuer Lust geht es jetzt in Runde 2. Hier ist unsere Wand. Die zwölf Kategorien in Runde 2 sind damals, was passiert, wenn andere Länder, andere Sitten, unser Körper, im Grünen, das Fragezeichen, im Labor, Neuheit, Essen und Trinken, Papiere bitte, tierisch, tierisch und Schlagzeilen. Wir dürfen viele die erste Kategorie auswählen, da wird sich nichts dran ändern. Ja. Du fängst immer an, ne? Ja, ne, weil mehr Zuschauer da sind. Achso, aha, verstehe. Andere Länder, andere Sitten. Ah. Das war das Letzte, was ich genommen hätte. Ja, deshalb habe ich mich ja mal jetzt vorgedrängelt. Aber eine sehr schöne Frage. Das ist super schön. Die Videos sind schön, die Bilder sind bunt. Womit gelingt es Japanern, Wasser zu sparen? So, ja, genau, Japaner. A. Spülmaschinen, die nur durch ein trockenes Heißgebläse reinigen. B. Wäschetrockner, die das Kondenswasser zum Trinken aufbereiten. Oder C. Toilettenspülkästen, in denen ein Handwaschbecken integriert ist. Schau da. Bist du dran. So, soll ich mal was sagen? Bitte. An C habe ich schon gestanden. So, dann soll man das einloggen. Wo war das? Nicht in Japan. Und das muss ich jetzt mal wirklich überlegen. Ich glaube, es war in Neuseeland, in einem Silo, was zu einem Hotel umgebaut war. Da gab es ein sehr kleines Klo nur. Nein, das Klo war normal groß. Aber es war kein Platz mehr für ein Waschbecken. Also die Nasszelle war klein. Und da konnte man sich über der Toilettenspülung die Hände waschen. Lieber Herr Hohecker, wenn Sie mir von diesen drei Möglichkeiten C als Erfahrungswert präsentieren, was werde ich dann entgegenhalten können? Nichts. Nichts. Tja. Wenn er das schon gesehen hat, der Banner, wenn Ihnen die Erinnerung nicht trügt. Also kann, was weiß ich, ob das in Japan machen. Im Land der aufgehenden Sonne ist man beim Wassersparen schon einen Schritt voraus. In vielen Haushalten bietet das Stille-Örtchen eine Doppelfunktion. Der Spülkasten hat ein integriertes Handwaschbecken. Nach dem Händewaschen fließt das verlaupte Wasser direkt in den Spülkasten und wartet dort auf den nächsten Einsatz. Der Kasten füllt sich übrigens nicht nur mit dem Wasser aus dem Waschbecken, sondern lädt sich auch alleine wieder auf. Wasser sparen beim Wasser lassen, internationale Idee, oder? Die ersten 500 Euro. So, jetzt vielleicht gelingt es euch ja genauso. Ja komm, das hat ja eben auch gut funktioniert. Sucht du mal was aus. Papiere bitte. Bleibt. Wer die Online-Ausweisfunktionen E-ID bei seinem Personalausweis aktiviert hat, kann online nachschauen. A. Wie oft er schon im außereuropäischen Ausland war. B. Wie viele Punkte er in Flensburg hat. Oder C. Ob er zu viel Miete zahlt. E-ID. Also, ob er zu viel Miete zahlt. Erkennt man dann einen Mietspiegel? Das finde ich total ein Quatsch. Zu viel Miete zu zahlen, da guckst du doch im Mietspiegel oder gehst zum Mieterverein. Online gucken, ne? Ja. Flensburg ist ja auch was nochmal. Ist das nicht wie die irgendwie so ein Außer-Deste, wo du praktisch nochmal extra nachfragen musst und anfragen musst? Das kannst du ja so. Konnte man vorher auch nicht so leicht bekommen. Weil, ja eben, weil man nicht weiß, ob derjenige das ist, der jetzt da abfragt. Das kann dann natürlich sein. Das kann dann auf die ID gemacht sein. Das kann dann auf die ID gemacht sein. Wie oft er schon im außereuropäischen Ausland war. Es gibt viele Länder, da kannst du gar nicht mit dem Personalausweis rein, da brauchst du deinen Reisepass. Das brauchst du mit außereuropäisch, glaube ich, immer. So, dann ist das also scheißegal, dass hier steht Personalausweis. Und wenn ich meinen Personalausweis auf Online aktiviert habe, dann bringt mir das nichts, wenn ich meinen Reisepass nicht auf Online-ID eingepackt habe. Dann kann ja nur B sein. Das müsste das in Flensburg sein. Ja, also sind wir uns jetzt... Ja, würde ich... Dann nehmen wir B. In dem B. Was würde bei euch denn da rauskommen, wenn ihr in Flensburg anfragt? Nach der neuen Rechtschreibung oder der alten? Wir haben mal Antwort B festgehalten. Und fragen Sie mal an in Flensburg, weil wenn Sie wirklich null Punkte haben, dann kriegen Sie so einen schönen Aufkleber. Ich habe null Punkte in Flensburg. Bereits bei der Beantragung eines neuen Personalausweises kann die Online-Funktion E-ID eingeschaltet werden. Mit dem dazugehörigen Lesegerät kann dann im Internet einfach und zuverlässig die Identität nachgewiesen werden. Zum Beispiel gegenüber Behörden oder Banken. Auch das Rentenkonto, sein Führungszeugnis oder der Punktestand in Flensburg können online abgerufen werden. Jawohl, richtige Antwort. Damit auch bei euch die ersten 500 Euro. So, beide Teams gut ins Spiel reingekommen. Nächste Kategorie. So, jetzt bist du dran. Ich würde Mode nehmen, Winster, aber ja. Aber es ist leider schon weg. Vielleicht ist es ja hinter dem Fragezeichen. Herr Feiß, möchtest du das Fragezeichen? Wenn du es möchtest, möchte ich es auch, mein Lieber. Aber hinter deinen Fragezeichen verstecke ich mich gern. Dann lass uns doch das Fragezeichen nehmen und dahinter kuscheln. Ja. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja. Wieso jetzt schon das Fragezeichen? Es ist, glaube ich, nicht die Kategorie Mode. Okay. Mit der Hilfe der sogenannten Parkettierung fanden Mathematiker der University of Liverpool heraus, wie A Autos jeder Größe perfekt eingeparkt werden können, B jede runde Pizza am gerechtesten geteilt werden kann, oder C, Rucksäcke am rückenschonendsten gepackt werden. Sehr, sehr geil. Also, die Parkettierung hat, glaube ich, nichts mit dem Rucksack zu tun, weil wie man einen Rucksack rückenschonend packt, ist Orthopädie und hat nichts mit Parkett zu tun. Die Parkettierung, ich glaube, das Parkettierungsproblem ist, ist, du hast eine gegebene Größe von Parkettelementen und wie viele Möglichkeiten gibt es, diese auf einer vorgegebenen Bodenfläche zu legen oder zu optimieren? Also naheliegend wäre natürlich die Art, dass man denkt, alles muss in Parkett gelegt werden. Ich glaube aber, dass die Frage der runden Pizza genauso eine ist wie die Urfrage. Das ist ein mathematisches Problem. Aber ich stolpe nur über die Parkettierung, über den Namen Parkettierung. Über die sogenannte Parkettierung. Fischgrät. Lass uns Fischgrät nehmen, dann können wir die Pizza gerecht aufteilen. Eine runde Pizza musst du immer in Segmente teilen, weil du ja immer eine Kreiskante hast. Ja, die Frage bei einer runden Pizza ist überhaupt, warum wird sie in viereckigen Schachteln geliefert und in dreieckigen Stücken gegessen? Ach, mit der Schachtel? Ist aber an sich rund. Mit der Schachtel? Mit der Schachtel? Mit der Schachtel? Ja, ja. Mit der Schachtel? Es ist eine Philosophie. Es ist eine philosophische Frage. Das ist ja geil. Ist nicht schlecht, ne? Wollen wir B nehmen? Ich stehe hinter dir. Man wird mich auch sehen, ich bin größer. Ich würde dich niemals in den Schatten stellen. Ich weiß. A, B oder C? Autos, jeder Größe. Lass erklären mir kurz, wie A gemeint ist. Autos, jeder Größe, perfekt. Du hast perfekt eingeparkt. Wenn du eine Menge Autos hast und die willst du perfekt einparken, dann ist es sogar Parkettierung, weil du hast verschiedene große Dinge, die auf einen bestimmten Parkplatz müssen. So, ich bin, je nachdem wie A gemeint ist. Und für bist du? Für A, B oder C? Nicht für C. Gut, jetzt haben wir noch A und B. Jede Runde Pizza am Griff. Wofür bist du? Hier ist A und B. Du bist für? Ich bin für B. Ich wäre für B. Du bist für A. Für A. Entscheide du. Gut, nein, Team Bernhard sagt A. Entscheide du, entscheide du. Team Bernhard. Man kann nicht entscheiden, Bernhard, du bist der Teamkapitän. Ich nehme A. Dann nimmt der A. Nimmt der A, der Bernhard. Nimmt der A. So eine latente Entscheidungsschwäche, die sich da eingestellt hat. Parkettierung beschreibt in der Mathematik die lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung einer Ebene durch gleichförmige Teilflächen. Zwei Mathematiker der University of Liverpool schafften es 2015, das komplizierte mathematische Konzept auf eine alltägliche Aufgabe anzuwenden. Sie entwickelten eine Methode, die jede runde Pizza in exakt gleich große Stücke teilt. Hierfür werden zunächst geschwungene S-förmige Schnitte gesetzt und die entstandenen Stücke wieder in der Mitte geteilt. Durch feinere Parkettierungen lässt sich die Menge der einzelnen Stücke nahezu unendlich fortführen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich beim nächsten Mal Pizza machen bei den Kindern, so die Pizza auch schreibe. Ja, 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 ja. So, es bleibt bei 500 Euro. Hier ging das vorhin mit der Banane. Ihr könnt jetzt in Führung gehen. Ja, ich hab's ja mitgekriegt. Man leidet hier. Man leidet hier. Man leidet hier. Damals. Das ist leider für die Leute das ist da. Damals. Was unternahm der Fotograf George R. Lawrence, als er 1900 beauftragt wurde, einen 160 Meter langen Zug abzulichten? A. Er fotografierte den Zug in Abschnitten mit 320 Fotoapparaten. B. Er konstruierte eine über 600 Kilogramm schwere Kamera. Oder C. Er baute den Zug detailgetreu in Miniaturform nach. So, 160 Meter lang, 320 Fotoapparate. Das heißt, einen halben Meter konnte die Kamera nur fotografieren. Warum steht der nicht, der ist einfach einen Kilometer weit weggegangen und hat das denn... Also ich finde das Plausibelste, dass der tatsächlich den als detailgetreu in Miniaturform nachgemacht hat. Und dadurch eine neue Form des Trickfilms entstanden ist. Also Bracken, dass man sozusagen auf einmal übergegangen ist, sowas nachzustellen und solche... Dass das am Anfang des Films einfach war und er ein Vorreiter war. Wer kennt ihn nicht, den Lawrence, den George R., der hat ja dann auch Game of Thrones... Wie soll das funktionieren? Der hat 320 Kameras und der Zug steht und dann drückt er einmal drauf und alle lösen gleichzeitig auf. Und dann klebt er das Bild zusammen, dass er dann ein... Kannst du so nach dem System der Paketierung kannst du die einzelnen Bilder dann... Dann hat er ein 160 Meter langes Bild. Das macht ja gar keinen Sinn. Also nehmen wir mal an, der hat das wirklich gemacht, auch wenn es teuer ist. Aber wir hätten so ein Projekt damals finanziert. 320 Fotoapparate und das ist irgendwie... Gut, also wir schließen beide A aus. Ja. 600 Kilogramm schwere Kammer, das heißt... Das kann man sich, wenn man sich die Monster aus der damaligen Zeit anguckt, teilweise kann man sich zwar vorstellen, finde ich aber auch wieder absurd, weil dieser auch wieder diesen... Da kam ja keiner zu ihm ins Atelier und hat gesagt, hier, ich will, dass du einen Zug fotografierst, konstruier mal. Und das ist einfach die leichteste, wahrscheinlich war das für ihn, er hat das einfach die geniale Idee gehabt. Ich mache Miniaturformen, also ich finde das... Das ist wahrscheinlich tatsächlich C, der hat gesagt, hier, ich bin nicht doof und das merkt keiner. Ich baue das Ding so gut, wie es geht. Na? Du bist auch das nicht. Vielleicht war das ja die Geburtsstunde der Modelleisenbahn. Wir wissen es noch. Genau. 1900 beauftragte die Chicago and Alton Railroad Company, den Fotografen George R. Lawrence, ihren neuen Alton Limited Zug werbewirksam in Szene zu setzen. Sein Vorschlag, die 160 Meter Eisenbahn in Abschnitten abzulichten, wurde abgelehnt. Also konstruierte Lawrence die damals größte Kamera der Welt. Um dieses 635 Kilogramm schwere Monstrum aufzustellen, waren 15 Männer notwendig. Lawrence brauchte nur einen Versuch und der Alton Limited war in voller Pracht aufs Negativ gebannt. Alleine die Linsen, die Linsen waren so riesig, da war schon ein ganz großer Teil des Gewichts dabei. Ja, es bleibt auch bei euch bei 500 Euro. Wernert hätte es gewusst. Ja, nützt nichts, wenn man die Fragen der anderen weiß. Ja, das haben wir auch gesagt. Der hat ja auch schon die Hände in den Klo gewaschen. Ein Blick auf unsere Wand, wir haben unsere Kategorien wunderbar paketiert. Schlagzeilen. Sehr gut. Was für ein Impuls. Welche Reklamationsklage aufgrund von Materialverschleiß verhandelte das Landgericht Koblenz im August 2018? A. Veganer zerstört Fleischwolf durch Benutzung mit Kohlrabi. B. Single zerstört Doppelbett durch Alleineschlafen in der Mitte. Oder C. Rentner zerstört Sportwagen durch zu langsames Fahren. Tolle Frage. Sehr gut, ja. Sehr schöne Frage. Was ist dein erster Impuls, Bernhard? A. A? Dann sollten wir A nehmen. Was denkst du denn? Ich habe dich jetzt gefragt. Richtig, ich habe auch schon geantwortet. Was denkst du denn? Da gehe ich, das macht vielleicht jetzt am meisten Sinn, weil durch einen Sportwagen durch langsames Fahren zu zerstören, halte ich für nicht so wahrscheinlich. Ausflug wäre es mit dem langsamen Sportwagen durch ein geschlossenes Fenster. Ein Single zerstört Doppelbett durch Alleineschlafen in der Mitte kann man nicht zerstören. Aber wenn man Kohlrabi durch einen Fleischwolf dreht, da könnte unter Umständen etwas passieren. Dann merkst du, ich kriege schon den Tonfall von dem Sprecher vom Film. Wenn der Veganer den Fleischwolf, dann hat man rausgefunden, dass der Fleischwolf durch den Kohlrabi. Ich bin ganz bei dir, wir nehmen A. Du hast an meinem ersten Impuls gefragt. Den nehmen wir. Was willst du jetzt so lange diskutieren? Es ist alles dreimütig. Ihr könntet noch das Publikum fragen. Ja eben, deshalb. Meinem Impuls folge ich heute jetzt nicht mehr. Mit dir sowieso nicht. Weil du bist sofort dahinter und du kontrollierst mich ja überhaupt nicht. Pass mal auf Bernhard. Ich bin ein durchgehendes Pferd. Mein lieber Bernhard. Und du bist das Publikum. Nimm schon mal das Publikum. Sogar Herr Barth hat gesagt, der möchte sich gerne darüber setzen. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Hand auflegen. Das liegt vielleicht nicht an den Gästen. Jetzt kommst du mir so? Ich habe ja schon so einige zerstrittene Paare wieder zusammengespürt. Das habt ihr doch nicht so. Schön ihr beiden. Ganz ruhig. Wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Ein bisschen durchschnaufen. Schön in den Schmerz reinatmen. So, wir fragen das Publikum. Oh, es gibt Hoffnung. Das Einzige, was es kompliziert macht. Sie sind wirklich absolut zeitgleich aufgestanden. Du weißt, du weißt es. Zwei Stimmen. Du bist Berner. Ich habe ihn so erst gesehen, aber nur weil er vorne steht und das Licht länger braucht von hinten. Das ist der einzige Unterschied. Ich würde den Herrn hier vorne nehmen. Also nehmen wir den Herrn hier vorne. Musst du auch nicht so lange laufen. Vielen Dank. Wir wissen, dass Sie es auch gewusst hätten. So, hallo. Keine Ahnung. Aber ich fand es gut. Jetzt muss ich es nicht so. Christopher. Aha, woher kommst du? Ich komme aus Reetz. Das liegt zwischen Lübeck und Travemünde. War ich noch nicht, aber ist schön. Ja. Lohnt es sich mal hinzukommen? Fünf Minuten bis zur Ostsee. War das ja wunderbar. Ja. Perfekt. Was machst du beruflich? Ich komme zufällig aus der Autoteilebranche. Und, aber ich meine, das hilft ja jetzt nur bedingt. Man müsste ja was davon gelesen haben, was da passiert ist vor dem Gericht. Man sagt ja auch immer, kauf dir bloß kein Rentnerauto. Die fahren dann immer durch die Gegend und so weiter und dann kaufst du so ein Auto und dann ist es auch schnell mal durch mit dem Thema. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade aktuell mit einem über 100-jährigen Mann Auto gefahren. Da kann man von Unterthorich nicht sprechen. Sehen Sie demnächst bei Zeig mir deine Welt, meine Damen und Herren, zu Weihnachten. Da werden Sie sehen, was ich meine. Okay, also du bist für Antworten? Also ich bin der Meinung, dass es so ist, ja. C. Viele Grüße, Willi. So, Antwort C haben wir eingeloggt und hier kommt die Auflösung. Was wurde da verhandelt in Koblenz? In Koblenz wurde im August 2018 der Fall eines alleinstehenden Mannes verhandelt, der von einem Möbelhaus Ersatz für sein kaputtes Bett forderte. Denn nach zwei Jahren wies es eine tiefe Kuhle in der Mitte auf. Das Landgericht Koblenz urteilte in zweiter Instanz, dass mittiges Schlafen auf einem Doppelbett eine nicht sach- und fachgerechte Nutzung darstelle. Der Alleinschläfer könne nicht erwarten, dauerhaft ohne Folgen in der Mitte zwischen den beiden Liegeflächen zu schlafen. Ihr wisst doch, was tut mir wirklich leid, das ist wirklich absurd, das ist, eigentlich ist es kaum zu glauben, aber man kann auch hier sagen, wer weiß denn sowas, ja. Also weiter Daumen drücken. Wer hätte es gewusst? Hier euer Team. Warum steht ihr nicht auf? Warum steht ihr nicht auf? Es bleibt bei 500 Euro, so jetzt könnt ihr aber in Führung gehen. Komm. Essen und trinken. Essen und trinken. Ich habe mich schon gewundert, warum es so lange dauert. Warum enthält Malzbier, das offiziell als Malztrunk bezeichnet wird, keinen Alkohol? A. Es wird unter Ausschluss von Sauerstoff gebraut. B. Der für die Gärung nötige Zucker kommt erst spät hinzu. Oder C. Die Hefe wird bei sehr niedriger Temperatur dazugegeben. Ich trinke es sehr gerne, aber ich habe keine Ahnung. So, der für die Gärung nötige Zucker kommt erst spät hinzu. Also, selbst wenn der spät hinzu kommt, ist er ja auch noch in der Flasche drin und es könnte zu einer Nachgärung kommen. Also B würde ich ausschließen. Hm. Also A oder C. Wir haben ja auch den Publikumsjoker. Vielleicht ist da Malzbierin dabei. Unter Ausschluss von Sauerstoff gebraut. Warum entsteht kein Alkohol im Zusammenhang mit Sauerstoff? Ich würde vielleicht das Publikum... Schau mal, die Fässer atmen doch, wenn du Wein machst oder wenn du irgendwas, die atmen doch weiter. Das ist ja nicht komplett verschlossen. Ausschluss von Sauerstoff. Was ist denn dann da drin? Also das ist ja... Vakuum ist es ja nicht, logischerweise. Ja, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer kennt sich mit Malzbier aus? Wer war schon mal in der Brauerei? Alle gucken weg auf dich. Ja, ich verratere. Wer war schon mal in der Brauerei? Einige haben Warnerschein in der Brauerei. Nicht einer will alles brauchen. Nicht aufgepasst, immer nur Tests getrunken. Aber wirklich? Da beschwert euch hinterher nicht, ne? Wenn sie... Weiz, weiz... Weiz, weiz... Ah, muss werden dann aufstehen. Dann musst du aufstehen, komm. Dann machen wir das jetzt. Hallo. Mein Pizzat. Da gehen wir jetzt zusammen an. Also, du heißt? Laura. Laura, grüß dich. Woher kommst du? Von Norderney. Okay. Von der schönen Nordseeküste. Habt ihr eine Brauerei auf Norderney? Nee, nicht. Also ja, aber... Ja, haben wir. Die ist illegal oder warum... Nein, aber... Nee, die ist nur ganz klein und ja... So, okay. Und du warst schon mal in der Brauerei, hast du gesagt? Okay, wo war das? In Jefer. Aha. Gut, was hast du da gesehen, Laura? Also, ich glaube, es ist B. Du glaubst, es ist B? Ja. Der nötige Zucker kommt erst spät hinzu. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir es uns an. Wie läuft es mit dem Malzbier? Weil während der Herstellung auch Zuckerzusätze erlaubt sind, darf das Erfrischungsgetränk nur unter dem Namen Malztrunk verkauft werden. Der Brauprozess unterscheidet sich allerdings kaum von anderen Bieren. Der Hauptunterschied ist die Rolle der Hefe, die beim Malztrunk in erster Linie dem Geschmack dient. Denn sie wird bei Temperaturen um den Nullpunkt hinzugegeben, wodurch der Malzzucker nicht vergehrt und somit kein Alkohol entsteht. Ah, nein. Laura, ich glaube, die beiden hätten es nicht besser gewusst. Insofern, danke für die Unterstützung. Es bleibt auch bei euch bei 500 Euro. So, jetzt aber Männer, Gas geben. So, jetzt geht's los. Und du nimmst jetzt eine Kategorie und redest. Wir haben jetzt euch die Chance gegeben. Bam! Aber gut. Kategorie. Was passiert, wenn? Richtig, wir nehmen, was passiert, wenn. Yes. Was passiert, wenn parallel zur Tischplatte an einer Geschenkbandrolle gezogen wird? Hä? Wie? A, die Rolle rollt in Zugrichtung. Nein. B, die Rolle bleibt an ihrem Platz. Ja. Oder B, die Rolle rollt entgegen der Zugrichtung. Vielleicht auch. Wir haben die Antwort, wie hast du schon die Antwort gesagt? B. Es ist ja nicht mehr so lange hin bis Weihnachten. Darf ich mal probieren? Ja, gib mal her. Zeigen das gleich. Es kommt, glaube ich. Guck mal, es gibt ja mittlerweile, ich meine, wir haben ja unsere, wer weiß denn sowas, App, also die ARD-Quiz-App, da kann man ja wunderbar hier in dieser Sendung mitspielen und auch allen anderen Quiz-Sendungen. Wir haben das, wer weiß denn sowas, Buch. Es gibt, wer weiß denn sowas, jetzt als Computerspiel und jetzt auch als Geschenkband. Und als Pralige. Ich tippe auf C. Ja. Denn, wenn du am Band ziehst, rollst du innen das, also mit der Geschwindigkeit, mit der du das und ziehst, aber sie liegt auf einem größeren Rad und auf diese Art und Weise bekriegst du eine Übersetzung. Also, innen drin hast du einen kleineren Radius als außen. Das heißt, du ziehst mit einem kleinen Radius, ziehst du dran, aber mit einem großen Radius rollt sie quasi entgegen der Zugrichtung. Deshalb würde ich auf C tippen. Faszinierend, Kevin. Aber. Ich würde auch zur Antwort C kommen, allerdings mit anderen Mitteln als mit dem Radius. Ich glaube, es geht um die kinetische Energie, welche sich in eine Vektorenrichtung entwickelt. Und das, Alter, was ist denn hier los? Zwei Quantenphysiker unterhalten sich. Ich glaube, es hat mit dem Radius nichts zu tun. Ich glaube, es geht darum, wenn du jetzt hier anziehst, siehst du auch die Frage, wie schnell der Kai jetzt gleich anziehen wird, um uns in der richtigen Antwort zu bestärken. Wenn er jetzt volle Kanne anzieht, das ist zum Beispiel, nein, nein, das, angenommen, das wäre ein bisschen locker gewickelt hier, weißt du, zieht er an, dann wird es sich anziehen und wird es dann nach hinten geben. Ist es straff gewickelt, geht es um die Energie, die da kommt. Es würde sich anziehen, die kinetische Energie überträgt sie und muss natürlich dahingehend ausweichen. Wenn du von dem Band gedachte 1 Meter abrollst, hat sich der äußere Rand, die Spindel, um mehr als einen Meter gedreht, weil sie einen größeren Umfang hat. Das ist ja wieder was anderes, aber du kannst nicht den Radius als begründen und dagegen bewegen. Doch, weil das ist der Radius, weil der Radius hängt ja mit dem Umfang über... Aber beide seid ihr doch der Meinung, die rollt nach da. Dann macht das doch. Freude, 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 danke. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr euch einmal einig seid, dann lockt es doch ein und dann gucken wir es uns an. C, kommen wir mal ans Gemeinsame. C, 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 gut. So, jetzt pass auf. Es wird bitter, jetzt kommt die Kamera vor uns und der Ding bleibt genau. Man sieht unsere unfassbar langen Gesichter. Also ich sage euch so viel, es geht um die Frage Drehpunkt und Drehachse. Die Achse ist außen größer. Also ich ziehe jetzt, parallel zum Tisch. Das, ja, etwa... Wolltest du es nochmal sehen? Nee, nee, ich möchte es nicht mehr sehen. Wolltest du es nochmal sehen? Nein, ich will es nicht sehen. Ich gucke mir das nachher noch meiner Mediathek an. Ich ziehe jetzt. Ja. Ja, der Drehpunkt... Der Drehpunkt... Kann ich das nochmal sehen? ...liegt unten. Und die Drehachse ist nach Mitte. Und deswegen kommt mir die Rolle entgegen. Der Drehpunkt ist wo? Der Drehpunkt... Der Drehpunkt ist wo? Also die Drehachse ist ja hier nach Mitte. Der Drehpunkt ist unten. Und deswegen rollt es mir entgegen. Ich glaube, es bleibt bei 500 Euro. Es macht viel mehr Spaß. Nächste Kategorie. Tierisch, tierisch. Ja. Ich glaube, nach den Erfahrungen von Barbara will keiner in Führung gehen. Jeder denkt... Ich kann nicht das... Ich habe das gewusst, aber ich bin nicht blöd. Die Frage. Dann verliere ich am Schluss. Was ist bei jedem Humboldt-Pinguin einzigartig und dient zur eindeutigen Identifizierung? A. Anzahl und Verteilung der Punkte auf dem Bauch. B. Form und Länge des Schnabels. Oder C. Umriss und Struktur des Fußabdrucks. Du hast doch gerade gesagt, das hast du irgendwie gelesen. Naja, bei einem der unzähligen Zoobesuche. So. Das ist Alex. Also der Pinguin ist Alex. Der Pann dazu ist Markus Kirchlin. Hallo Markus, grüß dich. Guten Abend. Ich bin ihn mal gespannt. Alex ist heute mal ganz alleine unterwegs. Seine Frau Alexa ist heute zu Hause. Wo kommt Alex her? Alex kommt aus einer Zuchtstadt. Und der gehört zu einer ganz, ganz bedrohten Tierart. Die Humboldt-Pinguine sind nämlich wirklich vom Aussterben bedroht. Und deswegen heißt er nämlich eigentlich auch Alex und seine Frau Alexa, weil die nämlich ein Projekt haben, die die Tiere in der Natur vom Aussterben bewahren, also Lebensraum schützen. Und das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Organisation, die dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Und wir unterstützen das gerne. Und deswegen sind wir hier, um die Öffentlichkeit natürlich auch über das Projekt zu informieren. Aber er ist sehr neugierig gerade. Man sieht ja hier, der mag Menschen. Also, und das macht ihm überhaupt nichts. Also, das ist ein ganz, ganz freundliches Tier. Und der ist super trainiert. Und der hat auch zu Hause natürlich seine Pinguin-Gruppe und kann da ordentlich planschen. Wo kommt der ursprünglich her? Aus Bielefeld, aus einer Zuchtstation für bedrohte Vögel. Und die heimische Region? Ursprünglich kommen die aus Südamerika, ja. Also keine Pinguine aus der Antarktis, sondern tatsächlich aus den Tropen. Und genau deswegen sind die eben so bedroht, weil gerade an der Küste da überall Häfen gebaut werden. Und ja, das bedroht den Lebensraum der Tiere. Okay. Markus, vielen Dank erst mal für den Moment. Ich guck mal, er ist vor, der ist hier. Also, wir haben ein bisschen diskutiert. Wir sind bei C, Umrisszustand. Also, Anzahl und Verteilung der Punkte auf dem Bauch. Ja, der hat Punkte auf dem Bauch und wahrscheinlich auch verschiedene, aber der mag Menschen, ja. Dann hättet ihr den, glaub ich, auch nicht hier rein. Also, ich glaub, die Füße sind wie so eine Art Fingerabdruck. Das ist da jeder, genau, Hammerzehe. Breitfuß, Blattfuß, Größe, Schnabel. Die sind doch alle relativ. Also, was soll der für eine Art Form? Gut, ich mein, vielleicht ist das ja, dass die sich so, weißt du, wenn die sich... Ja, aber der geht doch kaputt oder... Aber ich glaub, die sind jetzt auch keine solche Sichtspezialisten. Die hätten die Leder ja für sich dran. Der mag nicht, der mag nicht. Und auf die Füße gucken die sich auch nicht. Da sind ja eh meistens Eier drauf, auf den Füßen. Da sind meistens Eier drauf. Guck mal, er hat jetzt zum Beispiel so einen leichten Überbiss. Ich hab absolut... Ich auch nicht, aber... Das erste Mal würd ich mich tatsächlich komplett daran... Sag du bitte, was du meinst. Form und Länge des Schnabels. Also, du musst es aber... Antwort B. So, Markus, was ist denn jetzt das wirklich Markante bei den Pinguinen? Tatsächlich ist es so, dass die natürlich so einen kleinen Überbiss oben haben, aber das haben alle Pinguine, weil die nämlich ihren Fisch damit festhalten müssen. Das ist also erstmal nicht die richtige Lösung. Und die richtige Lösung ist nämlich, dass die Punkte tatsächlich bei allen Pinguinen unterschiedlich angeordnet sind, auch unterschiedlich viele. Und daran kann man sie ganz eindeutig unterscheiden. Ja, also, ihr habt leider auf die falsche Antwort getippt und richtig wäre Antwort A gewesen. Richtig ist Antwort A. Markus, wir drücken euch weiter für eure Arbeit die Daumen und viel Erfolg auch für Alex und Alexa. Vielleicht einfach mal gucken, wer noch nichts darüber weiß. Alles klar. Vielen Dank. Danke schön, danke für den Besuch. Danke, Alex. Ist gar nicht so einfach. Alex, jetzt hier wieder mitzunehmen, ich glaube, er hat durchaus Spaß gehabt bei uns. Danke, Alex. Super was. Also, es bleibt bei 500 Euro. Männer, da muss noch ein bisschen Geld dazu kommen. Volle Konzentration ist, wir brauchen noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Medizin oder Wissenschaft? Äh, Wissenschaft. Bloß keine Medizin. Labor. Labor. Im Labor. Im Labor. Was kann mit einem Hochdruckgebläse zum Schweben gebracht werden? Ah. Jetzt. Jetzt. Eine Jungfrau. Wir haben da mal was vorbereitet. Ich kann dir sagen, was passiert. Ich werde sagen, das ist bestimmt A, aber lass uns dann doch besser B nehmen. Irgend so was kommt jetzt. Stehen für dich die... Und dann sagst du C und Bisonbaby. Blocks B ein. Stehen für dich. Also, A. Wie geil. Für euch zum Genießen. Super. Sagst du vorsichtig, bitte. Er kriegt jetzt schon eine Krise. Was kann mit einem Hochdruckgebläse zum Schweben gebracht werden? A. Ein Schneebesen. Ja. B. Ein Schraubenzieher. Oder C. Eine Schere. Ja. Jo. Da ich ja lange Zeit in der Raumfahrt und in der Luftfahrt gearbeitet habe, geht es darum, Herr Hoheker, wenn man sich vorstellt, dass wir flugbares Material brauchen. Was brauchen wir? Wir brauchen Tragflächen. Ich war. Ja. E-militär sowie im Privatverkehr brauchen wir Tragflächen. Wenn man die Schere auseinander tut, könnte man sich vorstellen, dass es durch eine, sage ich mal, relevante Luftströme von unten quasi zu einem Rotor kommt. Verstehst du? Ja. Gut, die Begeisterung ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Macht aber nichts, weil die kommt zum Schneebesen. Der Schneebesen an sich ist natürlich auch ein Rotationsinstrument. Deswegen wird es in der Küche auch als solches verwendet. Und könnte durch eine gehörige Operation Luft auch in Rotation versetzt werden. Und könnte sich mit dem Besen nach unten ins Fliegen gebracht werden. Schlechte Chancen gebe ich dem Schraubenzieher, muss ich sagen. Zu aerodynamisch. Zu aerodynamisch. Unaerodynamisch. Ich würde auch den Schraubenzieher als zu un-aerodynamisch sehen. Da würde die Luft dran vorbeigehen. Die Schere ist zu chaotisch. Zu chaotisch? Ja. Und ich glaube, ich bin eher für den Schneebesen. Wir nehmen A. Gut. Drei Indizien, die dagegen springen. Hinten das Lachen. Kais Mittler ist okay. Okay. Nein, nein, nein. Ich freue mich nur darauf, dass es jetzt zeigt wird. Achso, du willst das machen? Okay. Ja, ja, ja. A ist eingeloggt. So, Markus Weber, komm ganz schnell zu uns. Ich finde es so schade, dass ich kein Hochdruckebläse zu Hause habe. Ich würde das viel öfter noch machen. Das ist so ein Spaß. Lieben Gläser kaum. Darf ich es machen, Markus? Darf ich bitte? Wollen wir uns erst zeigen, ob das... Dreh mal auf erst. Ja, ist es aufgedreht. Ah, ist es aufgedreht. Kommt was an? So, also. Ich bin der Geilfreund. Ich finde das gut. Ja. So, pass auf. Wir zeigen es euch jetzt. Pass auf. Könnte ich jetzt noch lange rummachen, ne? Funktioniert nicht, ne? Funktioniert nicht. Schere funktioniert nicht. Komm schon, komm schon. Mach länger, mach länger, mach länger. Das kommt schon. Das kommt doch. Das kommt doch. Das war der Bier. Er dreht sich super, aber er fliegt leider nicht. Herr Schneebel, es ist auch nicht. Aber jetzt ist es gar nichts. Wir machen hier mal fest. Ja, genau. Oh, nee. Ist nicht wahr, oder? Das ist gar nicht wahr, oder? Applaus Yes! Das Raketenprinzip. Einfach, du gehst hier mit dem Pusting. Der hat hier Löcher drin. Kein Mensch braucht einen Akku-Bohrer. Das ist geil! 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 Man glaubt einfach nicht. Man glaubt einfach nicht, was da passiert. Mario hat ja gerade schon gefragt, wie geht das? Warum fliegt der? Ich habe keine Ahnung. Das Geheimnis hinter dem Experiment ist der Coanda-Effekt. Der besagt nämlich, dass an gewölbten Oberflächen ein Luftstrom umgelenkt wird. Und hier ist das genauso. Der ist ja hier oben rund. Deshalb geht das auch nicht mit dem Schneebesen übrigens, weil er hier eckig ist. Das wird auch andersrum nicht funktionieren. Und deshalb wird der Luftstrom hier umgelenkt. Und dabei entsteht dann hier oben ein Bereich sehr geringen Luftdrucks. Und der Luftdruck von unten, der schiebt dann den Schraubenzieher nach oben. Sensationell! Wenn das auch mit dem Siphon geht zu Hause, dann mache ich das öfter. Sehr schön. Also tolles Experiment. Vielen Dank, wirklich beeindruckend. Großer Spaß. Aber leider. Leider. Aber selten, muss ich echt sagen. Was im Lohnenswert ist, ich meine, er weiß gleich, ich auch. Aber echt so sehen, wie du dich da abhauen kannst. Ich finde das schön. Wunderbar, wunderbar. Gern hergegeben. Schön. Ich freue mich. So mache andere noch im Urlaub, wie ich arbeite. Toll. Es bleibt bei 500 Euro. Ja. Unser Körper. Da hätte ich jetzt sofort gedacht, dass das der Berg Doktor nimmt. Ja, ja, aber der will da nicht. Wenn wir uns auf eine schwierige Aufgabe konzentrieren. A. Kühlt sich unsere Nase ab. B. Wackeln wir leicht mit den Ohren. Oder C. Werden wir zeitweise kurzsichtig. Oha. Also B schließe ich mal aus. Wackeln wir leicht mit den Ohren. Also ich konzentriere mich jetzt auf diese Aufgabe. Ja, es gibt ja praktisch, wenn man beim Sport ist zum Beispiel, habe ich mal nachgelesen, wenn man viel gähnt beim Sport, dient es zur Abkühlung vom Gehirn, meine ich irgendwie. Also Abkühlung ist ein wichtiges Thema für den Körper, um sich zu fokussieren. Also das würde jetzt für die Nase... Was mich wundert, aber da bin ich ja nicht weiter kurzsichtig. Wenn du irgendwas, eine Aufgabe hast, da kniebst du doch die auf. Ja, 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 das habe ich auch, das habe ich auch gerade gedacht. Dass man so ein bisschen... Hä? Aber hat das was mit der Kurzsichtigkeit oder ist das einfach nur eine Gesichts... Vielleicht eine Fokussierung, dass du halt irgendwie die gleichen Gänge, die sich dann praktisch eigentlich normal, die sich dann auf die Sehkraft, dass die sich kurzfristig auf die Hirnkraft, die Hirnarbeit, Hirnleistung... Das ist nicht der Punkt, genau auf die Aufgabe konzentriert. Ja. Dass du alles andere nicht mehr wahrnimmst. Also wie gesagt, ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich das mit dem Hirn mal... Nein, das ist auch richtig. ...dass das nicht ganz abwehrt, dass wir überlegen, was da jetzt sein würde. Weil an sich würde ich diese Kurzsichtigkeit, fände ich gar nicht so blöd. Ich nehme C. C. Wissenschaftler der University of Nottingham untersuchten in einer Studie aus dem Jahr 2017 die körperlichen Auswirkungen von Stress. Dazu gaben sie den Teilnehmern verschiedene Aufgaben und filmten sie dabei mit einer Wärmebildkamera. Das Ergebnis? Die starke Konzentration auf eine Aufgabe führt dazu, dass sich das Gesicht abkühlt, besonders rund um die Nasenspitze. Als Grund vermuten die Forscher die Verschiebung des Blutflusses vom Gesicht in Richtung Gehirn. Sehr gut, Herr Kollege. Was? Neuheit. Du hättest es gewusst, ich weiß, du bist Arzt. Aber es war ja genauso. Vorhin hat mich der Berner gerade angeguckt und meinte, nehmen wir Neuheit, machen wir... Neuheit? Neuheit. Deine Frage, Bernhard. Mithilfe des Pilzes Xylaria Longipes. Xylaria Longipes. Xylaria Longipes, wie der Schweizer sagt wahrscheinlich, oder? Longipes? Longipes, sagt er, oder? Xylaria Longipes. 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 Vielleicht bin ich in der falschen Show. Wo bist du denn? Also, als B kam, dachte ich, wow, das ist cool. Das kann sogar sein. Weil das Besondere an der Stradivari war nämlich nicht zwingend, dass er so toll war. Er war natürlich ein guter Geigenbauer, auch keine Frage. Sondern, dass er auch ein bisschen Glück hatte, in welcher Zeit er da war. Also das Holz selber war ein besonderes Holz. Und dass er mit Hilfe dieses Pilzes diesen Holzklang hinbekommt. Ich würde A ausschließen. Ich bin für B oder C. Was würdest du eher nehmen? B oder C? Eher was, dass das Holz verändert oder dass die Milch durch einen Pilz... C ist zu billig. Könnte es aber durchaus sein, dass B mit dem Pilz, Geigen mit dem Pilz angestrichen werden, damit sie wie das Stradivari klingen, ist auch ziemlich abgefahren. Ich nehme das, was du machst. Ich bin ein guter... Bernhard, dann mach. Du bist der Hauptmann. Ich nehme B. Auf den Film freue ich mich. Das gibt schiefe Töne, wenn das jetzt nicht stimmt. Wenn es jetzt A ist. Schweizer Wissenschaftler behandelten neun Monate lang ein Holz aus den Schweizer Alpen mit dem Pilz Sularia longicis. Der Brandkrustenpilz zersetzt das Holz so, dass sich die Dichte des Holzes verringert. Beim Geigenbau eingesetzt sorgt das pilzbehandelte Holz für einen wärmeren Klang, ähnlich dem einer Stradivari. Für diese wurde Holz verwendet, das in einer extremen Kälteperiode nur sehr langsam gewachsen war und daher sehr dünne Zellwände besaß und biegfest war. In einem Blindtest wählte eine Fachjury die Pilzgeige nun zum Sieger. Noch vor der rund 1,4 Millionen Dollar teuren Stradivari aus dem Jahr 1711. Also vielleicht geht es bei 1000 Euro und vielleicht gibt es die Pilzgeige ja dann doch schon bald für jedermann. So, letzte Frage für Elbner Sebastian Ströbe aus der Kategorie im Grünen. Ja, die nehmen wir. Warum bilden Libellen während der Paarung ein sogenanntes Paarungsrad in Herzform? A, um sich dem Herzschlag des Partners anzugleichen. B, damit die Flügel beim Liebesakt frei schwingen können. Oder C, weil ihre Geschlechtsorgane an verschiedenen Körperstellen sind. So Mario, jetzt musst du mal bitte, jetzt kannst du auch was reinrufen. Ich kenne mich ja mit dem Paarungsrad von Libellen hervorragend aus. Jahrelang selber Libelle gewesen. Gezüchtet Libellen. Aber es ist so schön. Ein Paarungsrad in Herzform. Ist das nicht schön? Ist schön. Ich sehe jetzt schon meine Freundin wieder zu Hause, die sagt, warum machst du das nicht? Warum können die es nicht einfach im Sitzen oder sonst was machen, wie jeder vernünftige... Wie jede vernünftige Libelle. Ja? So. Setz dich hier hin, Schatz. Papa ist da. Von wegen. Wir haben ja alle Avatar gesehen. Das ist so dieses, wenn die dann ihre Dinger da aneinander connecten während des, dann macht es ja so... Und die Hollywood-Leute holen sich ja immer Ideen aus irgendwelchen anderen Spezies. Also wenn man so Hollywood, da wird ja immer oft irgendwas... Ist jetzt nur Quatsch. Aber die connecten sich dann miteinander. Ich weiß nicht, ob es eine Liebesszene gibt, wo diese zwei Schläuche aneinander stecken. Vielleicht ist es so was, dass die tatsächlich den Herzschlag angleichen, um eins zu werden. Dass die dadurch auch merken, dass sie matchen. Ich finde das ganz romantisch und wäre für einen Hollywood-Disney-Film eine wunderschöne Sache. Elton Cook zumindest nicht so überzeugt. Das hat noch nicht so richtig gematcht da zwischen euch. Nein. Für was bist du denn, Elton? Ich bin für B. Weil das sind die einzigen, die dabei auch die ganze Zeit fliegen. Das wäre das Normale. Also dieses mit dem Liebesakt freischwingen, das finde ich logisch. Und das wäre sozusagen das Verrückte. Dass der Herzschlag sich angleicht. Verschiedene Körperstellen. Der eine hat, selbst dann, aber dann ist es doch, können die doch auch so. Sollen wir B nehmen? Ja. Wir nehmen B. Das waren noch Zeiten, wo man Kinder noch mit den Bienen aufgeklärt hat. Mit den Libellen funktioniert es viel besser. Das Libellenmännchen hat zwei Geschlechtsorgane und muss zunächst den Samen vom neunten Hinterleibsegment nach vorne zum Begattungsorgan am zweiten Segment umfüllen. Bei der Paarung umklammert das Männchen mit seiner Hinterleibszange den Kopf des Weibchens. Das Weibchen besitzt am achten Segment einen Legeapparat, den es zum Begattungsorgan des Männchens führt. Das typische Paarungsrad in Herzform entsteht also, weil sich die Geschlechtsorgane von Libellenweibchen und Männchen an verschiedenen Stellen befinden. Aber meine Avatar-Schlauchgeschichte sagt... Ja, war nicht so verkehrt. So, wir haben folgenden Zwischenstand vor dem zweiten kleinen Finale, vor dem Finale von Runde zwei. Bernhard und Hans Siegel haben 1000 Euro erspielt. Elton und Sebastian Ströbel 500. Aber das hat noch nichts zu sagen. Wir haben es ja in Runde eins erlebt, wie es gehen kann. Die Entscheidung, die kommt erst jetzt. So, die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Metropolen. Oh, geil. Metropolen, vorhoffend. Metropolen. Ich will es gar nicht sehen. Ja, du wolltest, das weiß ich, dass du alles setzt. Immer. Und? Nee, nicht alles. Wohin hat es mich gebracht? So, Elton und Sebastian haben auch gesetzt. Hier ist die Masterfrage in Runde zwei. Welche dieser Großstädte hat das längste U-Bahn-Netz? A. New York. B. Moskau. Oder C. London. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. B. Moskau. So, beide Teams haben ihre Antwort eingetippt. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Hans haben 1.000 Euro erspielt und gesetzt. Ein Euro. Oh. Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich mit dem Ablauf, dem Setzen und der Antwort dieser Finalaufgabe nichts zu tun habe. Und damit auch dem Ausgang. Ich wieder, aber nicht, weil ich mich raussehe, sondern ich möchte es wirklich sagen, es wird alles der deiner Ehre zulaufen. Ja, weil ich denke auch an dich. Elton und Sebastian haben gesetzt. Und auf welche Antwort habt ihr getippt? Bernhard und Hans haben gesetzt auf Antwort. Bernhard hat getippt. Antwort B. Elton und Sebastian. Ja. Auch Antwortfähiger. Jetzt hab ich hier. Die Subway New York City. 370 Kilometer. Nur Manhattan? Circa Gesamtlänge. Ja. London Underground, circa 402 Kilometer Länge. Und die Metro in Moskau ist mit sagenhaften 350 Kilometern das kürzeste U-Bahn-Netz von allen dreien. Also Antwort. Warum sollen wir was anderes machen? Und das heißt, ihr gewinnt mit 999 Euro. Und das kann sich ja auch in der Summe dann lohnen. 999 Euro heißt für jeden von euch noch mal obendrauf 13,50 Euro. Und das heißt, erst mal Sebastian, vielen Dank. Mann, 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 es hat nicht sollen sein heute. Ja, alles Gute. Wir schauen am Donnerstag auch zukünftig den Bergretter. Danke für den Besuch. Tschüss. Wir sehen uns gleich wieder. Und Hans, du ziehst ins Halbfinale ein mit diesem Grandiosen. Vielen Dank. Spiel Team Captain. Ganz groß. Ja, so Hans, danke an Sebastian Schröbel. So, nimm Platz. Hast du gut gemacht. Krass, ne? Habt du gut gemacht. So, zwei Teilnehmer im Halbfinale haben wir mit Mario Barth und Hans Siegel. Aber ein Platz ist noch frei und der wird jetzt ausgespielt. Und zwar zwischen Dieter Hallervorden und Oliver Welke. Meine Damen und Herren, Dieter Hallervorden und Oliver Welke, willkommen, bitteschön, gibt Platz. So, herzlich willkommen euch beiden. Gibt's vier Vorschusslorbeeren. Vier Vorschusslorbeeren. Ich muss ja sagen, diese heutige Sendung und Spezial, diese dritte Runde steht ja unter dem Titel Er ist endlich da. Oh. Wir haben ihn. Warum, Oliver Dider, bist du noch nie in deinem Leben in eine Quizshow gegangen? Das werde ich jetzt gleich bewahren. Wir werden mal sehen. Also, es ist heute eine Probe quasi. Ich weiß nicht, zum Mitschneiden ist es nicht ereignet, aber wir versuchen mal. Also, das heißt, wenn es heute gut läuft, kommst du dann öfter? Ne, ich bin ja jemand, der aus Erfahrung klug wird. Und wenn du das auch wärst, hättest du mich ja nicht eingeladen. Nein, 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 ich weiß, was ich an dir habe. Wir haben ja schon eine ganze Menge Dinge im Fernsehen zusammen angestellt und freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bist und eine große Ehre. Lieber Olli, du gibst für uns ein freies Wochenende dran. Das ist auch eine ganze Menge wert. Und? Ja. Ja, ja, absolut. Die Metze ist nicht älter nicht. Darf ich ihn nicht. Wir beide jetzt zusammen hier. Ob wir die Wende bringen in der Kombination? Natürlich. Na gut. Wir werden es sehen. Also, wir widmen uns den knallharten Fakten. Die Zuschauerverteilung hat sich nicht geändert. Für alle unsere Zuschauer, die vielleicht jetzt gerade erst zugeschaltet haben. Hinter Team Bernhard, Bernhard Hohecker und Dieter Hallervorden sitzen nach wie vor 74 Zuschauer. Und hinter Team Elton, Elton und Oliver Welke, 50 Zuschauer. Und damit, lieber Dieter, ringfrei für deinen ersten Quizshow-Auftritt. Hier sind unsere zwölf Kategorien in Runde 3. Hier ist die Wand. Zwölf Kategorien in Runde 3 sind Skandinavien, total genial, Hund, Katze, Maus, Auto, Schlagzeilen. Wie ticken wir? Was passiert, wenn Raumfahrt, Essen und Trinken, das Fragezeichen, Einspruch, und Asien. Auch das bleibt unverändert. Hinter Team Bernhard sitzen mehr Zuschauer. Deswegen dürft ihr die erste Kategorie wählen. 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker, wenn ihr ihn denn braucht. Erste Kategorie, was darf es denn sein? Wir nehmen Einspruch. Aber ich will mal vorher sagen, ich würde mich gerne mit ihm auf eine Aufgabenteilung einigen. Und zwar, du bringst die richtigen Antworten, das ist deine Aufgabe. Ja, mache ich. Und meine Aufgabe ist, dich dafür zu bewundern. Können wir das so machen? Ja, oder du schließt die Falschen aus. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Und ich bin ein sehr fairer Spielpartner. Ich wünsche viel Erfolg dem Oliver Welkheim. Ja. Ja. Das war nicht nur zufrieden. Guck mal da. War ja natürlich nicht ernst. Die erste Frage aus der Kategorie Einspruch. Darf ein Lehrer ein gefaltetes Briefchen, das Schüler heimlich während des Unterrichts austauschen, selbst lesen? A. Ja, da der Lehrer als Beamter hoheitliche Befugnisse hat. B. Nur, wenn der Brief nicht in einem verschlossenen Umschlag steckt. B. Oder C. Nein, er verletzt damit das Briefgeheimnis. B. Ist das eine interessante Frage? B. Also ich weiß, dass selbst eine Postkarte eigentlich ein Briefgeheimnis ist. Obwohl sie offen ist. B. Das ist halt eine sehr dämliche Art, dort Geheimnisse zu schreiben. B. Das heißt, das kann man zwar lesen, aber eigentlich ist es so eine Grauzone. B. Deshalb, ich glaube nicht, dass er als Beamter hoheitliche Befugnisse hat. B. Was ist das für eine hoheitliche Aufgabe? B. Der Postbeamte dürfte ja auch nicht das Briefgeheimnis brechen, nur weil der eine dem anderen was schreibt und es durch seine Finger geht. B. Aber ich könnte mir vorstellen, dass A. Tatsächlich vielleicht die richtige Antwort wäre. B. Aber wir hatten ja gesagt, dass du... B. Das Briefgeheimnis ist ein sehr, sehr hohes Gut. B. Deshalb glaube, ich würde... B. Du würdest wahrscheinlich mehr zu C. B. Ich tendiere zu C. B. Ich würde das auf meine Kappe nehmen und wenn es A ist, dann bist du der Held, auch wenn es nichts bringt. B. Ja, ne, also ich glaube auch, dass C ist irgendwie richtig. Bernhard C. Volker. B. Oder, Dieter, du kannst jetzt auch einfach sagen, also ich bin absolut für C, ich nehme C. B. Dann schneiden wir all das raus, was Bernhard gesagt hat und dann sieht es so aus, als hättest du es gewusst. B. Ja, klar. B. Sehr gute Idee. B. Ja, du, ich glaube, wir sollten C nehmen. B. Wenn du das sagst. B. Für mich. B. Wenn du das sagst. B. Ja? B. Ja? B. Ja? B. Okay, also... B. Sehr gut. B. Auch wenn ich dann vorbei entscheide, aber... B. Also, ich hätte A genommen, aber wenn du C sagst, wir nehmen C. B. Ja, B. Wir nehmen C. B. Nein, mein Wort gilt. B. So, C ist eingeloggt und jetzt wird sich für viele Schüler und auch Lehrer das komplette Leben verändern. B. Auch in der Schule gilt, ein lose gefaltetes Briefchen, das sich auf den Weg durch das Klassenzimmer macht, darf nur vom Empfänger gelesen werden. B. Der Lehrer darf den Brief zwar einfordern, sollte er ihn aber lesen, verletzt er das Briefgeheimnis und begeht damit theoretisch eine Straftat. B. Um die Persönlichkeitsrechte des Schülers zu wahren, sollte der Lehrer das Brief hier nach Unterrichtsende wieder aushändigen. B. Komm mal! B. Komm mal! B. So, ein Stieg gelungen. B. Habe ich das gemacht, oder? B. Nein, das ist gut gemacht. B. Die erste Frage, die du jemals in einer Quizshow beantwortet hast, und das ist richtig! B. Ja! B. Ja! Die ersten 500 Euro! B. Ja! B. Super! B. Das war klasse! B. Ich sehe was aus! B. Mein Vater... B. Gubbe, du ein gutes Gefühl hast! B. Mein Vater wäre stolz auf dich! B. Ja! B. Doch! B. Äh... B. Wie ticken wir? B. Psychologie ist das, ne? B. Ja, ja! B. Ach so! B. Das ist schlecht! B. Das ist schlecht! B. Das hat nichts mit Sport zu tun! B. Das ist schlecht! B. Was fördert laut einer Studie der University of British Columbia den Umsatz in Luxusartikelgeschäften? A. Dunkle Lichtstimmung! B. Arrogante Verkäufer! C. Totale Stille! B. Ah, das ist interessant! B. Also das mit den arroganten Verkäufern finde ich schon mal sehr spannend, weil Leute dann vielleicht denken können, wenn die es sich leisten können, sich mir gegenüber so mies zu verhalten müssen, dass echt tolle Produkte hier sein! B. Ja! B. Ein bisschen auch merkwürdigerweise dafür! B. Totale Stille, das ist jetzt nichts, was einen zum Kaufen animiert, finde ich. B. Im Gegenteil! B. Das macht einem so Angst! B. Dunkle Lichtstimmung ist toll zum Klauen! B. Aber... B. Ich glaub auch! B. Amrogante, die dann da stehen und... B. Weißt du, so wie bei Pretty Woman, wo sie Julia Roberts so scheiße behandeln, dass Richard Gere vorbeikommen muss. B. So dieser Stil! B. Ja! B. Also es klingt jetzt wie nichts, was man als Marketing-Experte empfehlen würde, aber sonst wäre es ja auch nicht überraschend, was die da rausgefunden haben, weißt du? B. Ja, das ist nur mein Gefühl! B. Der guckt dich so an von oben, muss unten nach dem Motto... B. Ja, was machst du denn hier? B. Dem zeige ich das! B. Ja! B. Ich nehme alles! B. Genau! B. Und dann bist du pleite, aber du hast es ihm gezeigt! B. So! B. Also wenn uns das beide überzeugt, kann es wahrscheinlich nur falsch sein, aber wir nehmen es einfach, oder? B. B. Vielleicht will man sich ja einfach die Gunst des arroganten Verkäufers erkaufen, B. Vielleicht ist das ja die Lösung! B. Je teurer ein Luxusartikel ist, desto mehr Beachtung wird ihm geschenkt. B. Studien der University of British Columbia belegen, die erzeugte Begehrlichkeit wird noch mehr verstärkt, wenn sich ein arroganter Verkäufer dazugesellt. B. Dieser signalisiert, du gehörst nicht dazu! B. Die künstliche Hürde erhöht den Wunsch, das Gegenteil zu beweisen. B. Mit dem Erwerb erkauft man sich quasi die Gunst des Verkäufers und einen Status, der der breiten Konsumentenschicht verwehrt bleibt. B. Jawoll! B. Alles erklärt! B. Richtiger Impuls! B. Richtiger Erster Impuls! B. Und die ersten 500 Euro bei euch! B. Raumfahrt ist doch gut wie die Sache! B. Raumfahrt, nehmen wir Raumfahrt! B. Raumfahrt ist die ganze Erde! B. Du brauchst die einzige Fragen, wir nehmen Raumfahrt! B. Klar! B. Was hättet ihr denn gerne? B. Raumfahrt! B. Das ist quasi wie mit dem Staubsauger! B. Wozu dient ein kleiner Schaumstoffblock im Visier amerikanischer Raumanzüge? A. Zur Ablage des Kinns bei längeren Außeneinsätzen! B. Als optischer Fixpunkt gegen Übelkeit! B. Oder C. Um bei Bedarf einen Druckausgleich durchzuführen! B. Optischer Fixpunkt gegen Übelkeit würde ich eigentlich ausschließen! B. Ja, da kann man noch einen Punkt drauf machen! B. Warum ein Schaumstoffblock? B. Ja! B. Da würde auch was... B. So! B. Mein erster Gedanke war Druckausgleich! B. Das war das allererste, was ich dachte! B. So! B. Aber wozu dient ein kleiner Schaumstoff... B. Wieso ist das ein Schaumstoffblock? B. Das ist ein totaler Unsinn eigentlich, wenn der im Visier ist! B. Weil der würde ja... B. Da würde man eher eine Membran oder ein Ventil nehmen, was ja viel mehr Sinn macht bei dem Druckunterschied, den man da hat von 5, 6 Bar oder sowas. B. Aber dass man bei längeren Außeneinsätzen... B. Weil die ja alle keine Muskeln mehr haben... B. Die haben ja natürlich Muskeln, aber die haben totale Muskelprobleme in der Schwerelosigkeit! B. Aber ein Schaumstoffblock im Visier, Amerika-Schaumanzüge, kann ja eigentlich nicht fürs Kinn dienen! B. Es sei denn, das Gesicht wäre etwas verquollen! B. Oder? B. Wie soll das... B. Also, das Kinn würde ich auch ausschließen? B. Ja, das haben wir gerade alles ausgeschlossen! B. Die haben ja Schwerelosigkeit! B. Die brauchen das Kinn gar nicht ablegen, weil da ist ja gar kein Gewicht! B. An das Kinn glaube ich nicht, als Ablage des Kindes! B. Als optischer Fixpunkt Gegenüberkehrt! B. Bei mir ist mit dem Visier, denke ich immer, dass es hier vorne irgendwo sein müsste! B. Der bedarf einem Druckausgleich auszuführen! B. Also, wieso? B. War allerdings mein erster Gedanke! B. Ah, jetzt! B. Du bist für C! B. Du bist für C! B. Ich wäre für C! B. Aber... B. Weißt du was, dann folge ich dir! B. Tatsächlich? B. Ja! B. Auf deine Kappe! B. Auf meine Kappe folge ich deinem Vorschlag! B. Gut, also, dann wollen wir mal gucken! B. Gut, nehmen wir C! B. Aber hat ja auch bei der ersten Frage schon gut geklappt! B. Ja! B. Da hast du es ja auch gewusst! B. Aber die Ablage ist wirklich... B. Jetzt bin ich gespannt! B. Raumanzüge sind ein technisches Meisterwerk und enthalten so manches erstaunliche Detail! B. Im Raumanzug, und zwar in dem Raumanzug, mit dem man draußen ist, ist der Druck nur 0,3 bar in der Raumstation, diese 1 bar und deswegen gibt es einen Druckunterschied. Und um ein sogenanntes Val-Salva-Manöver zu machen, also diesen Druckunterschied auszugleichen, gibt es rechts vorne in dem Helm so ein kleines Schaumstoffstück. B. Das muss man sich hier auf diese beiden Nasenlöcher drücken und dann macht man einmal B. Und dann hört man auch, dann knackt das so ein bisschen in den Ohren und dann ist der Druckunterschied ausgeglichen. B. Doch damit nicht genug! B. Und das Ding kann man natürlich auch benutzen, um sich so ein bisschen die Nase zu kratzen. Das haben auch einige Astronauten mal gemacht, um eben eine juckende Nase zu kratzen. B. Der hier! B. Hier ist das! B. Hier ist das! B. Das können wir nicht machen! B. Die richtige Antwort geht zurück auf den Mediziner. B. Ja, Antonio Maria Valz Salva! B. Ja, das hier könnt ihr nicht machen! B. Ja! B. Und dafür gibt es das! B. Ja! B. Ja, gut! B. Glück gehabt! B. Dankeschön! B. Ein Glück hast du den Dieter an deiner Seite! B. Ja, ja, ja! Um frischen Knoblauch möglichst gesund zuzubereiten, empfehlen Ernährungswissenschaftler, ihn A. Vor dem Schälen mit etwas Speiseöl einzureiben, B. Vor der Zubereitung für 15 Minuten in die Sonne zu legen oder C. Nach dem Zerkleinern noch 10 Minuten ruhen zu lassen. Tja! Ja! B. Ja! B. Die Knoblauch-Experten! B. Also, vor der Zubereitung für 15 Minuten in die Sonne zu legen, warum? Weil dann irgendwelche Stoffe nochmal freigesetzt werden? B. Also es gibt ja bestimmte Sachen, die ihre Vitamine, Nährstoffe erst freisetzt in der Kombination mit Fett. Das ist ja so. Aber andererseits, warum sollte ich die vor dem Schälen mit Speiseöl einreiben? B. Die ganze Knolle oder nur die Knoblauchzehe ohne, also mit Schale noch einreiben. B. Mit Fett einreiben. B. Und dann nehme ich die Schale ab und dann zerquetsche ich das Ding. B. Also was ich gar nicht verstehen würde, ist C. Ich zerkleinere das und lasse es 10 Minuten liegen. Also die wenigsten Sachen werden ja dann irgendwie gesünder, wenn ich sie 10 Minuten liegen lasse, oder? B. Ja, oder da sind halt auch irgendwelche Stoffe drin, die dann nach 10 Minuten verfliegen, die dann nicht mehr so für deinen Magen irgendwie anfällig sind. B. Ah! B. Also nicht, dass das dann irgendwie gesünder wird, sondern weniger unangenehm. B. Mit Zwiebeln, die es mal liegen lässt, dann ist ja irgendwann der Augenreiz auch weg. B. Ja. Also kurz gesagt, wir wissen es überhaupt gar nicht. B. Ich wollte auch sagen, wenn ihr es nicht wisst, das ist, glaube ich, eine sehr gute Publikum. B. Das ist eine Top-Publikumsfrage eigentlich, oder? Wir fragen das Publikum. B. Wir fragen das Publikum. B. Ja. B. So, meine Damen und Herren, die Knoblauch-Experten. B. Jetzt darf man sich umdrehen. B. Wollen keine Klischees bemühen. B. Man hat nicht nur sofort die Zuneigung aller anderen, die mit hier sitzen, sondern auch man ist sofort die Erleichterung zu spüren. B. Hallo. B. Silke aus Hamburg, Glinde. B. Ah, hallo Silke. B. Also vor dem Schälen würde ich auch sagen, mit Speiseöl reinreiben, ziemlicher Quatsch. B. 15 Minuten in die Sonne, ja im Winter, was mache ich da, wenn es grau ist, macht auch keinen Sinn. B. C eher, weil Rotwein mache ich auch auf, kipp ihn um und lach auch, erstmal das Aroma sich entfalten. B. Also würde ich sagen C. B. Okay. B. Ah, du glaubst du, dass die Aromen sich dann erst entfalten? B. Knoblauch-Dekantieren. B. Ja, ja, man kann so viel falsch machen im Leben, Oliver, man kann so viel falsch machen im Leben, auch bei Knoblauch. Sobald Knoblauch zerkleinert wird, werden die Aminosäure Alliin und das Enzym Alliinase freigesetzt. Sie verbinden sich und bilden Allicin. Dieses Reaktionsprodukt hat gesundheitsfördernde Eigenschaften. Damit es sich auch bilden kann, sollte Knoblauch nicht direkt nach dem Zerkleinern in der Pfanne landen. Denn das Enzym ist nicht hitzebeständig und geht verloren, bevor Allizin entstehen kann. Ernährungswissenschaftler raten daher, den Knoblauch nach dem Zerkleinern noch 10 Minuten ruhen zu lassen. Sehr gut, Silke, richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Daumen drücken hier für den weiteren Verlauf. Auch für euch kommt 500 Euro dazu und ihr steht bei 1000. Und, gut. Publikumsjoker wirksam eingesetzt. Ja. Nächste Kategorie. Wir haben uns bereits abgesprochen und nehmen Hund, Katze, Maus. Was? Wusstest du nichts davon? Entschuldigung. Und es geht tatsächlich um eine Maus. Die Nordamerika heimische Grashüpfermaus. A. Er beutet Skorpione und heult den Mond an. B. Schläft in Baumkronen und jagt kopfüber. C. Reitet auf Präriehunden und springt Meter hoch. Eine, die Steuererklärung machen kann? Sehr Wahnsinn. Ich möchte irgendwann mal die Leute kennenlernen, die sich so etwas ausdenken. Ist ja Wahnsinn. Die gibt es halt wirklich, die Grashüpfermaus. Ja, ich weiß schon, ja. Und auch eine Antwort ist richtig. Also, er beutet Skorpione und heult den Mond an, würde ich als erstes ausschließen. Ausschließen. Ausschließen, weil Skorpione... Ja, ich glaube, dass die rechtzeitig zubeißen und stechen. Okay. Schläft in Baumkronen und jagt kopfüber. Wenn es eine Grashüpfermaus ist, warum sollte die dann in Baumkronen kopfüber jagen? Warum sollte sie jagen? Ich meine, es ist eine Maus. Kennst du Mäuse, die jagen? Die isst noch immer Körnerkram. Oder jagen die Insekten? Naja, das... Ja, stimmt. Es könnte sein, dass die Insekten... Aber eine Maus, die auf Präriehunden reitet und Meter hoch springt, habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Aber er erbeutet Skorpione und heult den Mond an. Also, warum soll sie das nicht machen? Skorpione erbeuten. Das ist ja genau das Besondere an der. Gut, die springt auch Meter hoch, auf Präriehunde, hängt dann in Baumkronen und jagt von dort. Aber sie kann auch Skorpione erbeuten. Indem sie die beißt ihm in den Nacken, dann will der Stechen, die macht... Hast du wohl gedacht? Ja. Und dann macht sie... Du bist sehr bei C, ne? Guck mal. Ich, 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 ich. Du bist... Er beutet Skorpione und heult den Mond aus? Oder C? Also B würden wir beide ausschließen? B glaube ich nicht, nein. Ich glaube, ich würde auf Ziel setzen. Pass auf, Kai, wir hätten gerne nicht das richtige Video, wir hätten gerne das lustige Video. Und deshalb nehmen wir C. C. Und wir werden die Grashüpfermaus jetzt kennenlernen. Wir haben sie leider nicht hier, aber im Film. In den Wüstengebieten Nordamerikas ist ein außergewöhnliches Nagetier zu Hause. Die nachtaktive Grashüpfermaus lebt meistens in Höhlen. Anders als die meisten Nager ist das niedlich wirkende Tierchen Fleischfresser. Auf seiner Speisekarte stehen Insekten wie der namensgebende Grashüpfer, aber auch hochgiftige Tiere wie Skorpione. Dank einer Mutation ist die räuberische Maus gegen deren Gift immun. Als wäre das nicht beeindruckend genug, könnte man sie beim Markieren ihres Reviers fast für einen Wehrwolf halten. Aber ihr habt ja schon 1000 Euro auf dem Konto. Alles gut, alles perfekt. Ja, es geht weiter. Bei 1000 Euro bleibt es da. Hier könnten 500er zukommen. Schlagzeilen. Die Frage, wieso konnte ein Diebespaar in Kalifornien nach einem Einbruch binnen weniger Stunden gefasst werden? A. Sie ließen die zum Türöffnen verwendete Kreditkarte zurück. B. Zu ihrer Beute gehörten rund 100 GPS-Peilsender. Oder C. Sie versuchten das Diebesgut umzutauschen. Okay, also wir haben es mit zwei Vollidioten zu tun. Jetzt ist nur die Frage, was genau haben sie falsch gemacht? Klaus und Günther Polkos. Also sowas wie das mit der Kreditkarte, das haben auch schon Einbrecher ihren Perso verloren am Tatort. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Also am lustigsten wären natürlich 100 GPS-Peilsender. Keine Frage, weil einer hätte ja gereicht normalerweise, aber dass man 100 klaut. Ja, aber dann hätte man ja doch schneller als weniger Stunden. Ja, bis so eine Polizei in Gang kommt. Das kann dauern. Also Diebesgut umtauschen finde ich ja relativ langweilig. Das ist keine Schlagzeile. Die Rubrik heißt Schlagzeilen. Es muss irgendwas Außergewöhnliches sein. Deswegen tendiere ich zu A oder B. Jetzt müssen wir nur überlegen, was... Ja, aber dann ist A auch wieder eine bescheuerte Schlagzeile. Oh, die haben die Kreditkarte, wie du gerade sagst. Ja, aber ich meine, wie kann man das denn übersehen? Grabschen die irgendwas und in irgendeiner Tasche waren zufällig 100 GPS-Peilsender? Vielleicht haben die ja in so einem Laden eingebrochen. Ein Handygeschäft oder sowas. Das wäre cool. Oder uncool. Es ist die lustigste Schlagzeile von den drei Angebotenen. Ob es jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Aber umzutauschen, ich meine, kann ich mir auch geil vorstellen. Die klauen was. Versuchen es bei denselben Leuten umzutauschen. Ja, gehen dann da wieder hin und sagen, hier, der Pullover passt mir gar nicht. Ich möchte gerne eine andere Größe haben. Ich möchte gerne, dass Sie mir für Ihren Fernseher Geld geben. Weißt du? Ja. Alter. Aber guck mal, umtauschen. Ich glaube, die sind tatsächlich in denselben Laden gegangen. Ich glaube, die sind tatsächlich in denselben Laden gegangen. Und wollten es gegen Geld dann umtauschen, oder was? Ja, vielleicht geben sie mir Geld zurück. Mir passt das nicht. Ja, was ich hier geklaut habe, gefällt mir gar nicht. Ja, mach doch mal irgendwie. Brauche ich ja. Da kriegst du Geld wieder. Mir gefällt das nicht mehr, was ich bei Ihnen geklaut habe. Kann ich dafür Geld bekommen? Ja. Wir klauen Handys. Oder ist dir das zu dicke? Sollen wir in diese Falle gelockt werden? Pass auf, du bist hier der Team-Captain. Ich möchte nur als Minderheitenvotum wie vor Gericht sagen, meins wäre B gewesen. Und jetzt musst du entscheiden. Oh Mann, das ist jetzt echt... Ach Mann, Elton, die haben deine ganze Körpersprache, wie du hier schon sitzt. Jetzt reiß dich mal zusammen. Wirklich. Jetzt schüttelst du dich kurz und tippst das Richtige ein. Das kann doch nicht so schwer sein. Bin im C. Aber dann möchte ich nichts hören, wenn es wieder einen Shitstorm gibt. Ach ja. Der Polizei im kalifornischen Santa Clara gelang es, Diebe nur Stunden nach einem nächtlichen Einbruch dingfest zu machen. Den Langfingern wurde dabei ein entscheidender Fehler zum Verhängnis. Neben Computerzubehör hatten sie auch zwei Kartons voll mit dem Hauptprodukt des bestohlenen Unternehmens mitgehen lassen. Rund 100 GPS-Peilsender zur weltweiten Verfolgung von Waren-Sendungen. Die Diebe hatten diese wegen ihres Aussehens wohl für mobile Energiespeicher gehalten. Ah. Ja. Also moralisch haben wir jetzt 1500. Ich bin für Skandinavien, weil hinten sitzen nur Schweden. Ja. Ich schließe mich da an. Aber du musst mal über Finnland. Jetzt komm hier gerne. Im kalten Norden Schwedens. A. So. Beginnt der morgendliche Schulunterricht mit zehn Liegestützen. B. Wird für ein Jahr lautstark Luft eingesaugt. Oder C. Gibt es eine gesetzliche Mützenpflicht für Kinder. Das ist ja lustig, oder? Oh, Schatz. Den Kindern zuliebe würde ich sagen, C wäre ja total in Ordnung. Da hätte ich ausnahmsweise gegen Gesetzgeber nichts einzuwenden. Wie eine Helmpflicht. Bei uns gibt es eine Mützenpflicht für Kinder, weil die erfrieren sonst ihre Kopfhaut. Ja. Fühle ich gut. Wird für ein Jahr lautstark Luft eingesaugt. Ja. Ja. Sch. Sch. Das ist natürlich die Frage. Ich meine, die sind vielleicht vermummt. Und das ist ein Stamm oder ein Volk. Das ist so. Ein schwedischer Stamm. Ja. Wie die Lappen zum Beispiel. Dann noch weiter im Norden. So. Und die sind vermummt. Und wenn man dann, hast du mal eine Mark, dann sagen die, So, beginnt der morgendliche Schulunterricht mit zehn Liegestützen. Also warum nur in der allerersten Stunde? Wenn dann beginnen die Unterrichtsstunden oder ist alle halbe Stunde eine Liegestütze. Dann würde es ja Sinn machen. Bei Liegestützen braucht man ja die Hände. Ja, eben. Und ich brauche, ich habe die Mütze festzuziehen. Also insofern. Es wäre ganz schön, wenn wir die jetzt auch richtig hätten. Deshalb würde ich die Verantwortung, glaube ich, gerne abgeben. Ich bin tendenziell eher für C, weil das so ein Bundesstaat, Gesetz, das kann man im Norden definieren. Aber B kann ich mir genauso gut vorstellen. A würde ich eher ausschließen. Das gebe ich dem Publikum mit. Möchtest du noch etwas mitgeben? Ach so. Ja. Ich hatte jetzt C gesagt, dass es sehr vernünftig wäre, dass es Handhaben. Ja. Wir werden es gleich sehen, weil... Wie viele Schweden sind unter euch. So. Alle Schweden aufstehen. Ja. Oder jemand, der schon mal da war. Schweden ist ja auch ein beliebtes Reiseland. Hat schon mal jemand das Wort Schweden beim Scrabble gelegt? Einfach riskieren. Ahnung hat. Gut. So, grüß dich. Hallo. Wie heißt du? Lukas. Und du kommst aus? Hamburg. Sehr gut, Lukas. Und machst du was beruflich? Ich bin Pflegehelfer. Ein super wichtiger Beruf. Und ja, bist du wirklich toll, dass du dich dafür entschieden hast. So, was sagst du denn jetzt? Bist du schon mal in Schweden gewesen? Das nicht. Aber ich weiß, die Oma meiner Freundin, das war jetzt keine Schwedin, aber ich weiß, dass sie oft, wenn sie das Wort Ja sagt. Ja. Also, kenne ich mehrere Menschen auch, die sowas machen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie das auch in Norden Schweden machen. Nehmen wir. Nehmen wir. Also, das heißt, du bist für Antwort B, lautstark wird eingesaugt. Super. Dann noch ein Bier. Ja, ist ja auch ganz praktisch, wenn man nicht mehr reden kann. Danke. Im Norden Schwedens, wie etwa in Ömeo, der größten Stadt Norlands, gelten die Menschen eher als ruhige Zeitgenossen. Vielleicht hat sich in der Region deshalb ein eher ungewöhnlicher Laut für das Wort Ja verbreitet. Eine Einwohnerin vermutet, vielleicht ist es einfacher. Man muss nicht den Mund öffnen und Ja sagen. Man macht einfach. Andere sehen den Ursprung in der Kälte, weil dadurch weniger kalte Luft in den Mund gelangt. Sehr gut. Also, Grüße an alle Kollegen in der Pflege. Ja, richtige Antwort. Danke schön. Und es gibt 500 Euro obendrauf. So läuft das. So geht das. So, ihr steht bei 1500 Euro. Da wollt ihr jetzt hin. Dann nehmen wir total genial. Das klingt nach Naturwissenschaft. Ein wunderbarer Alltagstipp. Klarspüler sorgt nicht nur für glänzendes Geschirr in der Spülmaschine, sondern eignet sich auch, um A, zerkratzte Plastikbrettchen zu versiegeln, B, hartnäckige Grasflecken aus der Kleidung zu entfernen oder C, Wände gegen Schimmelbefall zu schützen. Ja, gute Wahl. Wofür kann man Klarspüler noch einsetzen? Das sind ja diese ganzen Tipps. Da wäre auch noch der Punkt. Diese Fragen, die man auch in unserem Wer-weiß-den-so-was-Buch findet. Warum sollte ich denn eigentlich zum Beispiel mein Plastikbrettchen versiegeln wollen? Was hätte ich denn davon, wenn mein Plastikbrettchen versiegelt wäre? Bei Holz oder so verstehe ich, dann schütze ich das vorm Vergammeln. Verstehe ich noch. Warum soll ich ein Plastikbrett das? Schmeiß ich Welke und kaufe mir ein neues. Ja, selbst da. Ich schon. Der feine Herr Welke kauft sich einfach ein neues Plastikbrettchen. Einen arroganten Verkäufer. Genau. Auf dem Weg zum Peilsendergeschäft, Elton. Also A, macht für mich auch keinen Sinn. Ich habe kein Interesse daran, meine Plastikbrettchen zu versiegeln. Feierabend. Warum wird das Glas klar? Durch diesen Klarspieler? Weil das eine Schicht hat? Weil das eine Glanzschicht hat? Also das ist jetzt wirklich so eine klassische Sendung der Maussituation. Weil Klarspieler ist ja nicht, die Seife ist ja nicht, der Klarspieler sorgt ja nur fürs Klarspielen. Der macht ja im Prinzip nicht wirklich sauber. Das heißt, du würdest zum Beispiel den nicht zum Entfernen von Grasflecken demnach. Ja, und wenn, warum nur Grasflecken? Weil da vielleicht irgendein Mittel drin, das wirklich nur die grüne Farbe rauszieht, oder was? Das hilft nur gegen Grün. Vor allem ist der Grasfleck raus, aber der Erdfleck bleibt drin. Noch mal ganz kurz zu C. Jetzt mal angenommen, ich hätte irgendwie Schiss vor Schimmelbefall. Kann man sich vorstellen, dass ich mich vor eine Wand stelle und die mit Klarspül einreibe, damit sie nicht schimmelig wird? Also... Ist ein bisschen manisch. Jetzt generell oder bei dir? Also, wenn man so beobachtet wird, holt jemand Hilfe, das ist klar. Aber vielleicht stimmt es ja auch. Was für eine Fläche... Was bist du denn? Vielleicht ist es ganz stinklangweilig B, aber das ist ja wirklich auch... Da schläft man ja ein, während man dran denkt. Das Blöde ist, eins davon stimmt. Damit du nicht noch mal sauer auf mich bist, nehmen wir C. Oh nein, rufen alle hinter uns. Aber wenn das hilft, Olli, das wäre super, dann brauchst du nie mehr lüften. Ich habe ein ganz großes Problem. Einfach alles mit Klarspüler einreiben, braucht man nie mehr lüften. Ich trinke das Zeug ab jetzt. Ein schöner Tag im Grünen kann durch Grasflecken auf der Kleidung schnell ein ärgerliches Ende finden. Gewöhnlicher Klarspüler für die Spülmaschine hilft, den Fleck zu entfernen. Die Flüssigkeit auf den Fleck auftragen, einige Minuten einwirken lassen und auswaschen. Die im Klarspüler enthaltene Kombination von zuckerhaltigen Tensiden und Hydroxamsäuren besitzt eine bleichende Wirkung und macht den Grasfarbstoff Chlorophyll unsichtbar. Du hast vorgesagt und wir haben nicht zugehört. Ich habe natürlich nicht vorgesagt, aber ihr habt trotzdem nicht zugehört. Es bleibt bei 1000 Euro. So, ihr könnt euch jetzt ein Stück absetzen. Irgendwas mit A. A sehen, Auto oder A-Gezeichen? Ich nehme lieber A, 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 Auto. Auto. Was ist bei dem im Fahrzeugschein eines Pkw angegebenen Leergewicht bereits eingerechnet? Ui. A, 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 A und fände das sehr interessant. Tankinhalt zu 105 Prozent, das kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist nämlich der Tank plus Reservekanister. Das gehört zum Auto, damit es fahren kann. Das könnte ich mir auch vorstellen. So, und Leergewicht kann ja relevant sein für den Fall, dass es transportiert werden muss. Also ganz losgelöst von dem Fahrer drin. Ja. C würde ich zu meinem Leidwesen ausschließen. Zumal, wenn es sich um Alkohol handeln würde. Aber das glaube ich nicht. Ich würde aus den Gründen, die du angeführt hast, wenn man den Reservetakt mit einrechnet, zu B tendieren. Wir halten B für am vernünftigsten und entweder haben wir recht oder wir lernen was dazu. Die zwei Möglichkeiten gibt es. B ist eingeloggt. Im Fahrzeugschein in Zeile G wird das Leergewicht eines betriebsfähigen Pkw angegeben, das dabei hilft, die maximale Zuladung zu errechnen. Das Leergewicht setzt sich zusammen aus dem Gewicht von Karosserie und Autoteilen sowie dem zu 90 Prozent gefüllten Tank und allen anderen Flüssigkeiten zu 100 Prozent. Auch das Gewicht von Ersatzrat und Verwandtskasten sind mit einbezogen. Zuletzt sind 75 Kilogramm als Fahrergewicht pauschal im Leergewicht enthalten. Hätte ich auch nie gewusst. Nie gewusst. Man lernt immer was dazu. Man geht nichts blöder aus der Sendung raus, als man reingegangen ist. Hätte man Hürzenstuhl. Bleibt bei 1500 Euro und das hält euch im Spiel. Jetzt bin ich wieder dran mit Aussuchen. Ja, gerne. Was hast du so für Erfahrungen mit dem Fragezeichen gemacht hier im Laufe der Jahrzehnte? Guck dir mein Gesicht an. Okay. Sehr unterschiedlich. Was passiert, wenn eine mit Chlorgas und Wasserstoff gefüllte Flasche mit einem blauen Laser bestrahlt wird? A. Die Flasche schmilzt. B. In der Flasche bildet sich ein Lavendelduft. Oder C. Die Flasche lässt den Korken knallen. Das ist wieder was, was ihr hier zeigen wollt. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Okay, also das ist eine Mischung aus Chlorgas und Wasserstoff, was mir persönlich schon mal gar nicht weiterhilft. Bist du nicht so mit Chemie? Nein. Was waren deine Leistungspurse im Abi? Geschichte und Englisch. Ist toll jetzt, ne? Hilft mir echt weiter. Gibt auch keinen Applaus dafür, wie du bist. Nein, warum auch? Wofür auch, ehrlich gesagt. Also eine Flasche schmilzt mal eben weg. Da muss natürlich viel Hitze entstehen. Gut, es steht da nicht, dass die ganze Flasche schmilzt. Das würde euch erreichen, wenn da so ein bisschen was wegschmorgelt, sozusagen, ne? Wahrscheinlich. Hm. Also in der Flasche, die müssten wir dann danach aufmachen und dann riechen wir alle dran. Wir wissen doch nicht mal, wie Lavendel riecht. Also ich zumindest. Ich meine, richtig hundertprozentig ausschließend. Also ein Laser in einer bestimmten Farbe löst einen Duft aus. Kann ja sein. Wie gesagt, Chemie war nicht meins. Ja, aber vor allen Dingen Blau und Lavendel, weißt du? Wenn es grün ist, riecht es nach grüner Wiese. Nach Tanne. Nach Tanne. Also das finde ich ist auch echt ein bisschen komisch. So, Flasche lässt den Korken knallen. Also das, entweder ist Wasserstoff und Chlorgas so gefährlich, dass sie nur eine kleine Flasche nehmen und dann macht das einfach nur plöpp. Aber das, warum soll denn die Flasche nicht schmelzen? Da ist Laser, ist gebündeltes Licht. Das kann auch brennen. Das kann ja alles wegbrennen. Aber wozu brauche ich dann unbedingt Chlorgas? Ist das der blöde Korken? Dann macht es nur plopp. Ist das so ein Knallgas dann? Ja, ich würde sagen C, aber andere ist langweilig. Ich bin soweit. Du, der Kai wäre soweit. C. C. Dieser Begeisterung schließe ich mich an. Aber jetzt sitzt du da. Jetzt sitzt du so da. Markus Weber, komm längs. Wie ist das klar? Wie soll die denn schmissen? Das ist ein Tausendchen mehr. Freunde, das ist ja nur die Flasche, die zeigen sollte, wie die Flaschen aussehen. Ach was. Jetzt kommen die richtigen Flaschen. Genau, das Experiment ist lichtempfindlich, deshalb haben wir es hier drunter versteckt. Ich werde es mal lüften. So sieht das dann in echt aus. Oh oh. Ja, und man sieht auch schon, das ist ein bisschen grünlich-bräunlich. Also Chlorgas ist wirklich sehr unangenehm. Macht keinen Spaß, das vorzubereiten. Wir haben es für diese Sendung natürlich trotzdem liebevoll gemacht. So sind die vorbereitet. Du solltest auch zur Seite gehen, weil du möchtest sicher auch nicht nach Lavendel riechen. Das ist richtig. Ich wollte aber noch euch beide mitnehmen. Ein Stück einfach, ein Stück nach hinten. Der kann vonderschön in den Augen stechen. Dann setze ich mich doch mal zu dir. Okay, seid ihr bereit? Ja, ja. Alles klar. Achtung, ich muss erst mal den Leser in Position bringen. Was passiert? Ja, für mich klar. Hey! 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 Vorsicht! Yo! Oh! 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 Ah! Also jeden Fall. Aber steht noch ein bisschen was dahinter. Ah! Richtige Antwort. Ah! Ja, ganz spannend, was da passiert. Also Chlor und Wasserstoff, die liegen molekular vor. Das heißt, immer zwei Chloratome liegen im Gas als Pärchen vor. Und dieses blaue Laserlicht ist sehr, sehr energiereich. Mit rotem geht es tatsächlich nicht. Das hat so viel Energie, dass die beiden Chloratome sich wieder voneinander trennen. Einzelne Chloratome sind sehr, sehr reaktiv, verbinden sich damit im Wasserstoff und setzen eine Kettenreaktion in Gang. Eine Kettenreaktion, die uns hier auf das Hübscheste mit einem wunderbaren Knall erfreut. Bam! Schießen die Kurken raus. Super, oder? Also, nicht nur ein tolles Experiment, sondern auch die richtige Antwort für Elton und Oliver Welke. Ihr Name steht bei 1.500 Euro. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an Markus Weber. Danke an die Physikanten für die wiederum tollen Experimente in dieser Show. So, beide Teams weiter. Ist das eigentlich giftig? Ich habe da dran geleckt. Ich habe einen ganz komischen Geschmack im Mund. Was ist der Geschmack? Lavendel? Wart doch mal, wie es weitergeht. Gut. So, beide Teams nach wie vor Kopf an Kopf. Asien oder Fragezeichen? Ja, lass uns Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen. Dann sind wir nicht verantwortlich. Der Begriff Silhouette stand im Frankreich des 18. Jahrhunderts als Synonym für A. Ein fliehendes Kinn, B. Ramsch und Billigware oder C. Eng geschnittene Mode. Moment, Berner, bevor du irgendwas sagst, lass mal den Dieter ran. Ja, nur weil ich viel Zeit in Frankreich verbringe, war das natürlich nicht im 18. Jahrhundert. Nee, aber ich glaube, aber ich weiß ja, dass du dich auch sehr viel mit dem französischen Theater beschäftigst und beschäftigt hast, weil es dir da mal untergekommen. Also, ich glaube, dass das ein Synonym ist für Ramsch und Billigware. Ja, aber Wissen tue ich es nicht. Du sprichst fließend französisch? Fließend sagen manche. Ich habe da höhere Ansprüche. Ich glaube, ich kann mich gut verständigen, aber es ist nicht meine Muttersprache. Das merkt man schon. Aber es ist ein Land, das du sehr magst. Ja, ich bin sehr frankophil, allerdings schon seit Kindesbeinen an. Ich bin ziemlich früh an Frankreich herangeführt worden durch die Literatur. Ich hatte Verwandte, die mir Maupassant und alle großen Dichter Frankreichs nahegebracht haben. Speziell meine Großeltern waren das. Und ich habe dann sehr lange Romanistik studiert und dachte immer, als das Studium dann abbrach und Schauspieler wurde. Mensch, da habe ich Jahre umsonst investiert. Und letzten Endes lernt man ja nie etwas vergeblich. Und mir kommt es jetzt sehr zugute, weil ich dann nach wie vor französische Theaterstücke übersetze ins Deutsche und sehr viel in Frankreich ins Theater gehe und auch viele Anregungen bekomme. Also, es hat sich bisher alles gelohnt. Und sicher damit auch kein Zufall, sage ich gerne, weil immer wieder toll, am 1. Dezember hat Monsieur Claude und seine Töchter, der wunderbare, sehr erfolgreiche Kinofilm, hat im Schlossparktheater Premiere. Ja, am 1. Dezember mit Brigitte Grotham und vielen, vielen anderen. Es ist ein sehr personell aufwendiges Stück mit 13 Personen. Wir geben uns nochmal richtig Mühe in der 10. Spielzeit und die Zuschauer sind herzlich eingeladen, von dem Kuchen sich ein Stück abzuschneiden. Lohnt sich mit Sicherheit. Die Suche im Schlossparktheater lohnt sich immer, aber da bestimmt ganz besonders. Ja. So, was folgst du oder möchtest du widersprechen? Na, ich werde auf gar keinen Fall widersprechen. Wir nehmen B. B. B ist eingeloggt. Silhouette. Schattenrisse als Form des Porträts erfolgen sich im 18. Jahrhundert großer Beliebtheit. Der Begriff Silhouette wurde dafür jedoch erst später verwendet. A la Silhouette hatte zunächst eine negative Bedeutung und stand für billig Ware und billige Kunst. Denn der beim Volk als geizkragen bekannte Finanzminister Ludwig des 15. Etienne de Silhouette war ein großer Liebhaber von Scherenschnitten. Angeblich schmückte er sogar sein Schloss anstelle von teuren Ölgemälden mit selbstgemachten Schattenrissen und festigte so seinen extrem sparsamen Ruf. Applaus Sehr gut! Richtig! Richtig, 500 Euro oben da. 2000 Euro. Das geht mir noch aufholen. Einen haben wir noch. Asien. Nehmen wir. Was machen Rhesusaffenweibchen, damit sich möglichst viele Männchen um den Nachwuchs kümmern? Hinhalten. Herzlich willkommen, Dirk Fußbahn von der Wildtierauffangstation Fiel in Schleswig-Holstein. Dirk, grüß dich. Hallo. Guck mal, ich glaube, lass uns mal zusammen hier vorgehen, weil dann können alle... Ja, Servus, grüß dich. Jetzt macht er den Synthesizer kaputt. Ist keine Banane. Ist keine Banane, ein Stück Schnitzel. Wie alt ist er, sie es? Fünf Monate jetzt. Das ist ein Junge. Hat er schon einen Namen? Hans-Kevin Hauke heißt er. Hans-Kevin Hauke. Natürlich. Natürlich. Kein Problem. Hans-Kevin Hauke. Wenn er seinen Nachnamen nicht mag, kann er den ändern. Könnte er, ja. Aber der muss nicht in die Schule, der muss nicht in den Kindergarten, hat also keine Probleme. Wie ist der zu euch gekommen? Der ist bei uns tatsächlich geboren und die Mutter hatte bei der Geburt einen Gebärmuttervorfall. Ach. Ja, ganz übel. Und dann haben wir die repariert. Aber die war so schwach, dass sie kein Interesse mehr an ihm hatte. Und jetzt ist er unser Baby praktisch. Und du bist für ihn jetzt Mama, Papa? Alles in einem. So, ich lese mal schnell die Antwortmöglichkeiten vor. Was machen Rhesus Affen Weibchen, damit sich möglichst viele Männchen um den Nachwuchs kümmern? A. Sie helfen vielen Männchen bei der Fellpflege. B. Sie bestechen mehrere Männchen mit Futter. Oder C. Sie verschleiern die Vaterschaft, indem sie sich mit vielen Affen paaren. So, also Sie helfen vielen Männchen bei der Fellpflege. Das setzt den Glauben voraus, dass man vom Mann irgendwas dafür zurückbekommt. Die Natur lehrt uns etwas anderes. Mit Futter bestechen, das ist schon realistischer, muss man mal sagen. Ich finde am spannendsten natürlich C, ehrlich gesagt. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass alle Rhesus Affen Weibchen Schlampen sind. Aber das ist natürlich schon die spannendste Geschichte. Dass ganz viele sich verantwortlich fühlen, weil sie denken, der sieht mir doch aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Weißt du? Also besonders monogam sind diese Kollegen glaube ich nicht, soweit ich weiß. Das ist jetzt nicht wie bei Störchen oder sowas. Irgendwie kann ich mir alles vorstellen. Auch die Fellpflege tatsächlich. Komm her, ich bin nach dem Motto, ich gefährde nichts mit dir, ich komm her. Also Fellpflege ist ja glaube ich in der Affengruppe sowieso wichtig, um den Gesamtzusammenhalt zu verstärken. Aber... Ich glaube er hat gerade den Daumen im Mund, er nuckelt ein bisschen. Och Mensch, ist doch schon spät. Jetzt guck doch, du der Vater bist, Kai. Das heißt, und dann kommen alle möglichen... Och Mensch, guck doch mal, keiner achtet eh auf uns, Elton. Wir können hier machen, was wir wollen. Also Fellpflege ist wirklich so ein, glaube ich, bei allen Affenarten wichtiges Ritual, um das Sozialverhalten in der Gruppe, dass man sich gemeinsam verantwortlich fühlt für den Affenverein an sich. Aber ob das jetzt... Kai, du riechst nach Wisent und Pingu. Ja, das ist für so ein Affen echt schwierig. B oder C, ne, oder? Ja, bei C, wie wollen die denn ändern die Sicht? Ich habe mit dir gepimpert, kann sein, dass ich der Vater bin und deswegen gehe ich da hin? Meinst du, ist denen eh wurscht? Ja, der Affe auch. Ich glaube, die sagt, hier, komm her, riecht ein bisschen was aus und dann kommen die da ran, echt so bestechungstechnisch. Also Entscheidung. Wir nehmen B. B. Wieder eine, nein! Ja, weil die Leute Ahnung haben. So, Elton hat sich für B entschieden, sagt damit, sie bestechen mehrere Männchen mit Futter. Wie verhält es sich bei den Resusaffen? Ja, Futter ist nicht so wichtig. Da sind schon mehrere Väter im Spiel, damit alle denken, jo, da muss ich drauf aufpassen. Also Antwort C ist die richtige Antwort. Sie verschleiern tatsächlich die Vaterschaft, indem sie sich mit vielen Affen paaren. Das heißt... Jetzt tu nicht so, als ob, habe ich gesagt. Du hast nicht gesagt. So ähnlich, habe ich es gesagt. Aber dann sag doch, nee, es ist C, es ist C. So, wir sagen an diesem Stelle erstmal herzlichen Dank an Hans-Kevin Hauke und an Dirk Fussbahn. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Schlaf gut, Hans-Kevin. Und damit sind auch in dieser Runde alle Fragen gestellt und auch mehr oder weniger richtig beantwortet. Wir haben folgenden Zwischenstand. Bernhard und Dieter Hallervorgen haben 2000 Euro erspielt. Und auch in dieser Runde gibt es ein kleines Finale, gibt es eine Entscheidung, wer ins Halbfinale noch reinzieht. Oliver Welke oder Dieter Hallervorgen. Hier kommt sie, die Entscheidung. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt in dieser dritten Runde, ist Geschichte. Das sagst du immer nach der Frage. Was ist das gemacht? Geschichte. Ja, supergeil. Hier, wir haben es doch gerade gehört, Elton. Geschichte, Leistungskurs im Abi. Das war aber vor 30 Jahren. Dann ist ja sogar das, was du erlebt hast, Geschichte. Das ist doch super. So, jetzt geht es darum, wie viel ihr setzt. Zum einen, um euer Publikum natürlich glücklich zu machen. So, alles ist gesetzt auf beiden Seiten. Also nicht alles ist gesetzt, sondern alles ist bereit für das Finale in Runde 3. Hier ist die Masterfrage. Wer war Bundeskanzler, als Deutschland zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister wurde? A. Kurt-Georg Kiesinger, B. Willy Brandt oder C. Helmut Schmidt. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Dieter Haller wurden 2000 Euro erspielt und gesetzt haben sie 1001 Euro. Elton und Oliver Welke 1500 Euro erspielt und gesetzt. Alles! Auf welche Antwort haben Bernhard und Dieter getippt? Antwort C. Auf welche Antwort haben Elton und Oliver Welke getippt? Antwort C. Deutschland wurde Weltmeister am 7. Juli 1974. Ja, tut mir leid. Zum zweiten Mal. Und die Amtszeit des damaligen Kanzlers dauerte vom 16. Mai 1974 bis zum 1. Oktober 1982. Und der Bundeskanzler war? Helmut Schmidt. Das ist richtig! Und damit, lieber Dieter, Glückwunsch! Ist noch nicht vorbei. Können wir mal Platz nehmen. 3.001 Euro habt ihr ja spiert. 3.001 Euro habt ihr ja spiert. 3.001 Euro. Und das heißt, für jeden von euch nochmal 40,55 Euro. Ah! Olli! An GPS-Sendern und Klarspüler gescheitert. Ja, so kann man es zusammenfassen. Trotzdem, danke für den Besuch. Hat Spaß. Alles Gute. Danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Applaus für Olli Welke. Und lieber Dieter Hallervorden. Es geht's. Es wird ernst. Ich mag nicht Eltern. Hätten sich auch, keine Angst. Das sind die drei Herren, die ins Halbfinale eingezogen sind. Mario Barth, Hans Siegel und Dieter Hallervorden. Bis hierhin eine sehr, sehr erfolgreiche Quizpremiere. Okay, ihr drei. Für euch wird's jetzt ernst. Für euch geht's jetzt im Halbfinale auf den heißen Stuhl. Oh! Der heiße Stuhl steht bereit. Zwei dieser drei, die jetzt hier im Halbfinale stehen, werden ins Finale einziehen, die werden dann gleich so um 50.000 Euro für einen guten Zweck spielen. Wer das sein wird, das klären wir jetzt. Jeder von euch bekommt von mir eine Minute lang Fragen gestellt. Offene Fragen, keine Antwortmöglichkeiten. Wer am Ende mehr richtige Antworten hat, der kommt weiter. Die beiden mit den meisten richtigen Antworten, die kommen weiter. Super. Mario beginnt. Ja, freu mich sehr. Soll ich aufstehen? Ja, ja, bitte. Nimm Platz. Und die Fragen zum Halbfinale hat auch heute wieder unser Notar, Herr Dr. Dean aus Hamburg. Herzlich willkommen. Oh, eigentlich sehr gut. Ja. Guten Abend, Herr Dr. Dean. Hallo. Es geht ganz klar aufs Jahresende zu. Ist da viel zu tun für die Notare? Besonders viel. Besonders viel. Dann möchten Sie gar nicht lange aufhalten. Wir sehen uns aber trotzdem nachher nochmal wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Und du darfst jetzt, wie so ein Hütchenspiel. Ich nehme den grauen Umschlag. So, welcher darf es sein? Die goldene Mitte ist immer gut. Die goldene Mitte. Schön bei drei silbernen Umschlägen. Das sind die Fragen A. Oh, da habe ich damals schon bei Physik abgekackt. So, alles klar. Ich stelle dir jetzt nacheinander die Fragen. Wenn du irgendwas nicht weißt, sagst du einfach weiter. Die Zeit läuft, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Du bist bereit? Hier ist die erste Frage. Aller Anfang ist? Schwer. Wie heißt der Weihnachtsmann in den USA? Santa Claus. Richtig. In welchem Organ findet man die kleinen grauen Zellen? Im Gehirn. Richtig. PKW aus Bremen erkennt man am Nummernschild mit dem Buchstaben? HB. Richtig. In welcher Band war Phil Collins zunächst Schlagzeug? Richtig. Zu welchem Inselstaat gehört Bali? Weiß ich nicht. Weiter. Indonesien. Wie viele Jahre war Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten? Acht Jahre. Richtig. Welches Fleisch wird für Tafelspitz verwendet? Rind. Richtig. Was ist die Quadratwurzel aus 16? Keine Ahnung. Weiter. Vier. Welche Sportart gehört neben Skispringen zur nordischen Kombination? Weiter. Skilanglauf. Wie heißt ein Arzneimittel, das keinen Wirkstoff enthält? Placebo. Richtig. Wie heißt der Hexenbesen von Bibi Blocksberg? Weiter. Kartoffelbrei. In welchem Bundesland liegt Jena? Weiter. Thüringen. Wofür steht die abkürzigen GPS? Weiter. Global Positioning System. Welcher Künstler malte die Mona Lisa? Weiter. Ich weiß es, aber weiter. Leonardo da Vinci. Welches Gesetzbuch wird mit BGB abgekürzt? Bundesgesetzbuch. Bürgerliches Gesetzbuch. Bürgerliches Gesetzbuch. Aber das waren acht richtige Antworten. Das ist gut. Das ist gut. Kartoffelbrei weiß ich, aber ich weiß nicht. Ob es für das Finale reicht? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Mario, bitteschön. Vielen Dank. So, Hans. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause. Auch hier nochmal. Wie der Umschlag darf es sein? Ähm, den da. Gott, dann legen wir den hier bereit. Kannst du den anderen schon mal geben. Und das ist der Umschlag mit den Fragen B. So. Auch für dich, lieber Hans. Zeit läuft mit der ersten Frage, die ich zu Ende gestellt habe. Bereit? Jo. Dann starten wir hier. In welcher Sportart feierte Andrew Agassi seine größten Erfolg? Dennis. Richtig. Jeder hat seines Glückes. Jeder isst seines Glückes. Richtig. In welches Gemüse werden an Halloween traditionell gesiegt? Gemüse. Richtig. Wofür steht die Abkürzung TÜV? Oh, weiter. Technische Überwachungswahlen. In welchem Ozean liegt die portugiesische Insel Madeira? Weiter. Atlantischer Ozean. Die Nummer 030 ist die Vorwehr welcher deutschen Stadt? Richtig. Wie heißt der kleine Junge im Dschungelbuch? Mogli. Richtig. Wie viel sind ein Fünftel im Prozent? 20. Richtig. Welche Farbe hat das Kreuz auf der Flagge Schwedens? Gelb. Richtig. Wer schrieb die Musik zu dem Musical Cats? Never. Richtig. Welche Jeansform ist nach einem Gemüse benannt? Karottenhose. Richtig. In welchem US-Bundesstaat liegt der Weltraumbahnhof Cape Canaveral? Florida. Richtig. Wer führte 1997 bei dem Film Titanic Regie? Weiter. James Cameron. Mit welchem Fußballer ist die Tennisspielerin Anna Ivanovic verheiratet? Weiter. Bastian Schweinstaat. In welchen Monaten liegt der Buß- und B-Tag? November. Das wäre richtig gewesen, kam aber danach, macht nichts, waren zehn richtige Antworten. Damit bist du schon mal sicher im Finale dabei. Hans Siegel. Lieber Dieter, die Aufgabenstellung ist insofern einfach, mindestens acht richtige Antworten, dann müsstest du uns stechen mit Mario Barth oder ab neun bist du im Finale dabei. So, ich mische nochmal kurz. Das Zweite wäre mir lieber. Ja. Ja, ja, ja. Ich nehme hier an sich die linke Hand, aber ich nehme die rechte jetzt. Ja, nimmst du den. Okay. Gut. Wenn jetzt hier kein C drin ist, haben wir eh ein Problem, aber zum Glück ist ein C drin. Lieber Dieter, auch dir viel Glück. Hier kommt Frage 1. Wie wird Elektro-Kardiogramm im Alltagsgebrauch abgekürzt? Weiter. EKG. Lange Rede? Kurzer Sinn. Richtig. In welcher Farbe blüht Annika? Gelb. Richtig. Welche Sportler werden Könige der Athleten genannt? Ähm, Dreikämpfer. Zehnkämpfer. Laut Satz des Pythagoras ist A² plus B² gleich? C². Richtig. Wie viele Haselnüsse erhält Aschenbrudel in einem weltberühmten Einheitsfilm? Weiter. Drei. Welche Band bildeten die Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb? Weiter. Die Bee Gees. Welche Sprache ist die Amtssprache von Brasilien? Portugiesisch. Richtig. Wie wird ein ringförmiges Korallenriff um eine Lagune genannt? Weiß ich nicht. Ah, toll. An welchem Datum wird in Deutschland jedes Jahr der Reformationstag gefeiert? Weiß ich nicht. 31. Oktober. Womit wird Earl Grey aromatisiert? Auch nicht. Bergamotte. In welchem Bundesland liegt die Stadt Lübeck? Schleswig-Holstein. Richtig. In welcher Stadt führt die Karlsbrücke über die Moldau? Park. Richtig. Welche Früchte trägt der echte Ölbaum? Olivenherz gewesen. Lieber Dieter, das waren sechs richtige Antworten. Schade. Damit. Ok. Bleibt bei uns ganz kurz. Kommt hoch. So, damit haben wir die zwei Finalisten ermittelt. Das sind Mario Barth und Hans Siegel. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch das erste Mal in einer Quizshow. Dieter Hallervorden, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Absolut. Auch außerhalb eines Quizshow-Studios. Immer gerne. Danke. Alles Gute. Sehr guter Gast. Danke, bis bald. Lieber Dieter Hallervorden, das ist dein Applaus. Dankeschön. Mit euch beiden geht's ins Finale. Und jetzt muss noch eine Frage geklärt werden, wenn Bernhard und Elton zurück sind. Mit welchem Teamkapitän geht's ins Finale? Du hast die meisten richtigen Antworten gehabt. Gleich, wenn die beiden wieder da sind, darfst du sagen, mit wem es ins Finale geht. Hier sind sie zurück, unsere beiden Teamkapitäne. Hier sind Bernhard und Elton. So, in dem Falle habt ihr ja nun beide eure Runden mit Bernhard. Spielt. Und du hattest jetzt auf dem heißen Stuhl die meisten richtigen Antworten. Deswegen darfst du entscheiden, mit wem es ins Finale geht. Mit Bernhard oder mit Elton? Never change a winning team. Und ich wäre mir eine große Freude, wenn wir wieder zusammen können. Nimmst du mich nochmal? Aber natürlich. Super verstanden. Ey, das Ding wuppen wir hier. Ich hole dich aus diesem Loch hier wieder raus. Also, Hansi, es geht mit Bernhard. Ja, komm, Alter. Vorrunde zählt nicht. Jetzt ist es gut. Am Anfang. Nehmen Platz. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Ganz richtig, das ist eine Sache. Sobald du drückst, ist angelopft. Und wir starten jetzt ins große Finale. Endlich bin ich beim Elton. Das nervt. Jetzt geht es los. Es geht los. Und so richtig los geht es, wenn Herr Dr. Dean die Fragen bringt. Die Masterfragen fürs Finale. Vielen Dank. Wir sehen uns nochmal auf Weihnachten. Danke für den heutigen Abend. Schönes weiteres Wochenende. Ich muss alles hier mit rechten Dingen zugehen. Deswegen alles auch notariell beglaubigt. Wenn ich was brauche, werde ich das schon wieder. Du hast... Nimm mal den Verliererumschlag. Aber entscheidend du es jetzt tun. Ich entscheide jetzt. Das kann ich sagen. Ich muss wahnsinnig dringend pullern. Und es gab mal in einer Sendung, dass man dann entscheidend... So, es sind die Fragen B für Hans Siegel und Bernhard Hohäcker. Also die Fragen A für Mario Bart. So, ihr Lieben, seid ihr bereit? Die erste Frage geht an das Team Hans Siegel und Bernhard Hohäcker. Die Teamkapitäne sind jetzt natürlich nur noch beratend zu eurer Hilfe da. Denn es geht ja um euren Gewinn. Es geht um 50.000 Euro von gutem Zweck. Du holst die Korken raus, hätte ich nicht gedacht. Die Glückskorken. Dann hole ich mir meine Glückskorken auch raus. Drei richtige Antworten. Und wir haben zwei Glückskorken. Ich will keinen Druck aufbauen, aber... Hier ist das große Finale. Ja, ich habe einfach keinen Zettel. Erste Frage an Hans Siegel und Bernhard Hohäcker. Frage lautet... Was schenkte Udo Lindenberg... Oh, ja, super. Gut, weiter, weiter, weiter. Was schenkte Udo Lindenberg Erich Honecker im Jahre 1987? Echt? Die Trommel ist sprachlich näher dran, aber ich glaube, es ist eine Lederjacke. Ich denke auch, dass es kann man euch so dunkel, würde ich sagen, oder? Muss man die ausnutzen? Nein, nein, ihr könnt jederzeit einloggen. Ich meine, die hängt sogar im Deutschen Museum in Bonn. Ja? Warst du mal da? Ja. Nach dem Händewaschen und Pullern warst du dann da? Ja, klar. Okay. Du entscheidest. Aber das ist safe, ne? Ich meine, es gibt es sogar, gibt es nicht eine Textzeile sogar? Dringendem... Der Trommel hat ihm nicht geschenkt, ne? Nein, Trommel glaube ich auch nicht. Wenn dann eine Trompete, aber es war glaube ich auch nicht. Was war denn die Trompete? Kommt hier noch Trompete? Antwort B ist eingeloggt, die Lederjacke und in Anlehnung an Lindenbergs Zeile im Lied Sonderzug nach Pankow bekam Erich Honecker 1987 eine Lederjacke. Der erste Punkt. Die Schalmai hat er geschenkt bekommen. Bitte? Ich glaube, die Schalmai hat er geschenkt bekommen. Die Schalmai? Erste Frage an Mario, Bart und Elton. Zu welcher Hunderasse gehört Struppi aus der Comicserie Tim und Struppi? A. Französische Bulldogger. B. Foxterrier. Oder C. Zwergschnauzer. Äh! Ist es ein Foxterrier oder ein Zwergschnauzer? Ich würde B. sagen. Foxterrier. Ich glaube auch, das ist... Ich würde B. sagen. Bart und Belton. Das ist... Sack. Foxterrier. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber du kannst wieder Zeit einloggen. Aber du kannst wieder Zeit einloggen. Französische Bulldogger ist... Nein. Zwergschnauzer sind doch kleinbraun und haben... Nein! Struppi ist doch... Weiß. Aber der hat auch so einen kleinen Bart. Aber ich bin... Als ich B. gelesen habe, war ich sofort Foxterrier. Fax. Foxterrier. So ein kleiner Foxterrier. Zwergschnauzer. Ich glaube, so ein Foxterrier. Dann musst du einloggen. Ist doch ein Foxterrier, ne? Ist doch ein Foxterrier, nicht? Es ist ein Foxterrier. Kennste, kennste. Kennste, kennste Foxterrier? Kennste, Foxterrier? Dem Struppi? Kennste, kennste Foxterrier? Kennste. Kennste, kennste. Kennste, kennste. So ist mein neues Programm dann auch. Foxterrier. Struppi ist ein weißer Drahthaar. Foxterrier, richtig. Damit steht es eins zu eins. Weiter geht's. Nächste Frage. An Hansi. Yes, was los? Ich hab Puls. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln einen beliebigen Pasch zu werfen? A. 18,33 Prozent. B. 16,67 Prozent. Oder C. 12,5 Prozent. Das gibt es. 16,36 Prozent. Oh Gott. Sechstel. Ein Sechstel. Oder? Eins durch sechs. Das läuft ja, wenn du was. Sechstel. Eins durch sechs ist 18,3, darf ich hier auch sagen. 20 Prozent. Also knapp unter 20 Prozent. Aber du hast vorher einen Ausgrenzen. Also es gibt 36 Möglichkeiten insgesamt. Es gibt sechs Möglichkeiten. Was 36 Möglichkeiten? Es gibt 36 Kombinationsmöglichkeiten. Sechs mal sechs. Es gibt sechs Paschs. Sechs Paschs? Sechs ist 36. Ja, genau. Durch sechs ist ein Sechstel. Ja. So, zehn durch sechs ist eins. Bleiben 40 übrig. Sechs mal sechs in 36. Nochmal sechs. B. B. Ich schoel. Weil das sind 36. Ist nochmal vier übrig. Ist wieder 36. 16,67. Okay. Da war so viel Schönes und auch ein bisschen was Richtiges dabei. Der heißt vier. Die richtige Antwort ist... 18,33. Antwort B. Ja. Richtig. Zweiter Punkt für Hans Siegel. Wie das nicht wundervoll. Das ist wundervoll. Das ist ein Rest vier. Das ist ein Rest vier. So, zwei zu eins im Moment. Aber Mario Barto kann jetzt sofort ausgleichen. Nächste Frage. Welche Innovation stammt nicht von einem Deutschen? A. Schraubstollen-Schuh. B. Penicillin. Oder C. Elektrische Straßenbahn. Zeit läuft. Hä? Schraubstollen-Schuh ist Adolf Dassler gewesen. Hat er damals erfunden. Penicillin ist, glaube ich, ein Beizeug, was man so aus Versehen erfunden hat. War das wer? Der Koch war das doch. Der Koch. Wer kennt ihn nicht? Roland, ne? Früher Politik. Heute macht er. Und, äh, ich glaube, die elektrische Straßenbahn kommt irgendwo aus Frankreich. Oder irgendwie sowas. Ich würde dazu sagen, also Straßenbahnen, elektrisch als Straßenbahn. Penicillin ist, glaube ich, echt deutsch. Schraubstollen-Schuh war stimmt. Das war Adolf Dassler, damit ist er in diese Fußball-Dings rein. Ich finde elektrische Straßenbahn. Du darfst dich zwar. Ich darf nichts machen. Aber wenn, dann tendenziell auch Beizeug. Antwort C ist eingeloggt, die elektrische Straßenbahn. Schraubstollen-Schuh in der Tat. Aber es war schon Ludwig Wacker aus Zwei Brücken. Ach, echt? Ja. Das war schon vor Adi. Hat Adi geklaut? Nö, aber der hat quasi die Idee gehabt dafür. 1925 bereits. Ach, guck. Das Penicillin wurde erfunden von Alexander Flemming. Ach, Flemming war es, nicht Koch. Und der war schottischer Mediziner und Bakteriologe. Shit, shit. Antwort B ist die richtige. Und die elektrische Straßenbahn war Werner von Siemens. Ah, Werner, wer kennt Werner? Flemming, natürlich. Also es bleibt bei einem Punkt. Ich hätte gedacht, er wäre ein Deutscher gewesen. Penicillin, weil es ist so deutsch. Lieber Hans, du hast deinen ersten Matchball jetzt. Für den Fall, dass du die nächste Frage richtig beantwortest. Hätte ich gewonnen. Hättest du gewonnen. Das wäre cool. Die 50.000 Euro von gutem Zeit. Okay. Gentleman's Agreement, Silenzium. Hier kommt die vielleicht alles entscheidende letzte Frage. Welches Wort steht seit 2006 im Duden? A. Alibi-Pass. B. Kabinenpredigt. Oder C. Auflaufkind. Okay, wissen kann man das nicht, aber... So. Was ist denn ein Auflaufkind überhaupt? Was ist denn ein Auflaufkind? Keine Ahnung. Ist das, wenn eine Kindergartengruppe stehen bleibt und die hinteren sind die Auflaufkinder? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, wie ist es? Ja. Also eine Kabinenpredigt gab es bestimmt schon länger. Das ist eine Gardinenpredigt. Ah. Stimmt, deshalb. Ein Alibi-Pass. Das ist ein Auflaufkind. Ich habe von einem Auflaufkind... Doch, Auflaufkind ist ein Kind, was du bei einer Scheidung, Trennung mitnimmst, was mit aufläuft vielleicht. So was in derart. Ich habe keine Ahnung. Ein Duden, der Alibi-Pass. Ein Alibi-Pass. Was war es? 2016? Kosovo-Flüchtlinge? Hä? Ich überlege, Alibi-Pass, dass man einen Pass hat. Ich bin für A oder C. Druck, ne? Du musst, du weißt. Aber Auflaufkind ist ja auch. Ich habe keine Ahnung. So, Hansi, wir tippen den Alibi-Pass ein. Alibi-Pass nennt man beim Fußball so einen Pass, der so ins Nichts geht, wo man sagt, es ist so kein Risiko dabei, macht aber auch keinen Sinn. Kabinenpredigt, da sind alles drei Begriffe übrigens aus dem Fußball. Ach. Die hält der Trainer dann in der Halbzeit. Ah. Und das Auflaufkind, das ist das Auflaufkind. Sind die Kinder, die Fußballer an der Hand haben. Ja, logisch. Wenn sie am Anfang des Spiels auf... Ja, dann ist es ein Auflaufkind. Da ist nichts zu essen, ein Auflaufkind. Eine Fußballfrage. Achso, eine Fußballfrage. Fußballfrage. Ja, und entscheidend ist, dass zwei dieser drei Wörter gar nicht im Duden stehen. Ja. Nur eins davon eben. Ja, das Auflaufkind. Antwort C, das Auflaufkind. Ja, klar. Bleibt bei zwei richtigen Antworten. Wir sind jetzt noch mal jetzt aber. Wir sind noch mal da jetzt hier. Wie dämlich sind wir denn? Wir machen uns warm, Kai. Wir machen uns warm. Welcher Verein war 1963 kein Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga? Das bist du jetzt. Ich habe von Fußball, ich weiß, dass der elf Leute sind. 1. FC Köln, BVB Stuttgart oder C FC Bayern München. Zeit läuft. Wer für... Kein Gründungsmitglied. Köln gibt es, glaube ich, schon 100 Jahre, ne? Bist du so fußballmäßig? Ich glaube tatsächlich, Bayern war kein Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Ich habe von Fußball, also wirklich, also Köln, Köln, glaube ich. Aber warst du schon so auf dem Stadion? Ich bin ganz auf dem Stadion, aber stehe da auf der Bühne. Ich habe wenig mit Ball. Bayern ist aber auch mal abgestiegen. Vielleicht eine... Bayern München, ich glaube, das ist so eine Frage, wo jeder sagt, Bayern München ist nicht, die sind ja immer Meister. Und genau die sind es nämlich. Ich glaube, Köln, den Verein, gibt es einfach schon seit immer. Wir haben nur noch 17... Ich will keinen Druck aufbauen, aber ich weiß es nicht. Du kannst ja jederzeit tippen. Köln oder München. Wahrscheinlich ist es tatsächlich München. Ich würde einfach mal kommen. Dann machen wir dem ein Ende. Wir haben alle Durst. Und dann, zack. Ich sage München. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Fußball. Ist es richtig? Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Der 1. Bundesligameister überhaupt bei der 1. FC Köln. Natürlich, wer denn schon? Der FC Bayern München kam erst 1965 in die Bundesliga dazu. Richtige Antwort. Na klar. Ich weiß nicht, das ist eine Frage. Ich habe die Frage nicht verstanden. Vielleicht die entscheidende Frage für Hans Siegel. Hans, hier ist deine Frage. Welcher Film ist das Remake eines Klassikers von 1960? A. Oceans 11, B. Forrest Gump oder C. Pretty Woman. Die Zeit läuft. Wisst ihr? Ich wisst es auch. Steht ja nicht drauf. Also, ich habe keine Ahnung. Forrest Gump, glaube ich, das ist so speziell. Wenn ich die jetzt falsch habe und dann wissen diesen, dann hat er gewonnen. Genau. Nein, nein, die müssen das nicht beantworten. Nein, nein, nein. Die bekommen eine neue Frage. Wenn ihr jetzt falsch oder du falsch antwortest, dann wäre es der erste Matchball für Mario Barth. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde nur B ausschließen, aber das ist so ein Gefühl. Das ist sowas von sinnlos. Du solltest Hans natürlich auch nicht zu einer falschen Antwort verleiten. Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe. Hans, noch zehn Sekunden. Keine Ahnung. Definitiv, keine Ahnung. Hans sagt Antwort A, Oceans 11. Und der deutsche Titel des Originals von 1960 hieß Frankie und seine Spießgeselle. Mit Frank Sinatra and the Rat Pack and every, all the guys. Samy Davis Jr., Joe Bishop, Peter Lawford. Und später hieß das dann mit George Clooney, Oceans 11. Hans, komm rüber, komm rüber. Herzlichen Glückwunsch erst mal. Was wäre denn unsere Frage gewesen? Mann, so gut gelaufen. Hey, so sehr. Super, Reulach, Reulach. Ich freue mich dir nicht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. So lange ich nicht zögere. Weil ich dachte, wenn das jetzt... Weil man halt zögert. Also Hans Sieger gewinnt die 50.000 Euro für einen guten Zweck. Und die gehen wohin? An das Action Network. Wir machen zum Beispiel in Indien, in Sri Lanka und in Südamerika helfen wir sozial benachteiligten Kindern, dass sie Schule... Wir bauen Schulen, wir stellen Lehrer an. Und das Ganze gibt es im Internet zu sehen unter consciousactionnetwork.com, C-A-N. Und da gibt das Ganze Geld hin. Ganz wunderbar. Wir freuen uns. Und die Organisation freut Sie mit Sicherheit auch. Super, Hans. Herzlichen Glückwunsch auch unseren neuen App-Gewinnern, die heute in der ADX-App mitgespielt und gewonnen haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch, auf Sie. Montag, 18 Uhr dann wieder. Wer weiß denn sowas. Dann mit Guido Kanz und Mike Krüger. Jetzt gibt es die Tagesthemen. Noch ein schönes restliches Wochenende. Und bis Montag. Machen Sie es gut. Tschüss, schönen Abend. Danke Bernhard. Danke Elton. Danke an unsere Gäste. Tschüss, macht's gut. Danke an euch alle. Danke.